Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat. Heute mit Kaspar von Alverden, Sven Möller und Thomas Rauhrkamp und mir Sebastian Schack. Wir haben ganz famose Dinge zu berichten, denn wir haben herausgefunden, dass der Anrufbeantworter, den wir seit mehreren Episoden bewerben, tatsächlich funktioniert. Menschen haben sich gemeldet, nämlich auf unsere letzte Folge hin. Da gab es so einen kleinen iTunes-Rand, den Sven und ich aufgenommen haben. Ja, das musste mal einfach von der Seele geredet werden. Ja, auf jeden Fall. Das war gut. Sind da endlich noch diese kleinen Kassetten drin in deinem Anrufbeantworter? Ich dachte in iTunes. Ja, das ist mit wöchentlichem Bandwechsel. Das ist cool. Da leuchtet eine Taste rot, wenn jemand draufgesprochen hat und blinkt. Also das, ja, so kenne ich das. Im Prinzip ist das beim Telefon aber auch so. Da blinkt auch eine rote Leuchte. Und es piept die ganze Zeit. Genau. Bis man die Nachricht abgehört hat. Also wenn ihr uns im Büro Freude bereiten wollt, so sprecht, dass ich diesen Anruf beantworte. Ja, oder auch einfach, ja, doch, doch, mach das einfach. Nein, wir haben uns tatsächlich sehr gefreut, dass jetzt dann doch Nachrichten drauf waren und wollen euch die nicht vorenthalten, richtig? Du machst mir den Running-Gag kaputt. Ich hatte ja auch so ein bisschen mich abgefunden, dass niemand anruft und das einfach ein netter Gag ist, dass man das in jeder Folge überwirbt und nie was einzuspielen hat. Na ja, verdammt. Jetzt doch. Ich hab's nämlich selbst getestet, weil mir ist nämlich was zu unserem iTunes noch eingefallen. Vielleicht kannst du das einfach mal so als Test abspielen. Das machen wir einfach mal, ja. Ja, moin Sven hier. Mir ist gerade nochmal ein Tipp eingefallen für alle Leute, die viel mit Playlists arbeiten und da vielleicht auch einzelne Titel reinwerfen. Da gibt es unter iTunes in den Einstellungen die Option Titel zur Mediathek hinzufügen, wenn sie zur Playlist hinzugefügt werden. Das sollte man unbedingt ausmachen, sonst hat man seine ganze schöne Musikmediathek voll mit Einzeltracks. Tschüss. Ich finde erstaunlich, wie anders du klingst über den Anrufbeantworter. Ja, ich fühle mich jetzt auch. Das ist unglaublich. Das ist eine gute alte Audioqualität vom Telefon. Was? Das wollte ich sagen. Das ist schön, dass Telefon noch wie Telefon klingt. Ich weiß auch nicht, was wir da gekauft haben, ehrlich gesagt. Also ich weiß schon, welche Telefonanlage wir benutzen hier bei Falke Media. Aber das wird ja nicht nur an deinem Telefon liegen, dass die Aufnahme so klingt, wie sie klingt, oder? Mit wie viel Bit wird das dann aufgenommen? Zwei? Wobei die Kassette ist wahrscheinlich das ein Handelöhr. Das glaube ich auch. Wobei das natürlich auch noch ein guter Hinweis ist. Wie viel Bit wird aufgenommen? Ich habe ja vermehrt gelesen, dass Menschen es doof finden, dass die einzelnen Podcast-Episoden so groß sind, was die Dateigröße ist. Nein, groß. Nee, viele Megabyte. Über die Länge beschwert sich kaum jemand. Megabyte? Was waren das noch? Ja. Immerhin wird das noch ein Megabyte bemessen, was wir hier machen. Wir nehmen das ja hier einfach in der höchstmöglichen Qualität auf. Und dann spielen wir das als 256 Kilobit AAC und MP3 wieder raus. Ich gucke aber gerne mal, ob man das ohne weiteren Qualitätsverlust noch in irgendeiner Stelle weiter komprimieren kann. Ich finde in dem Zusammenhang, dass Computerhersteller wie Apple wieder anfangen sollten, ihre Computermodelle nach Speicherkapazitäten zu binden, wie einstmals Atari. Du meinst das MacBook 512? Ja, und es gab ja mal den 1040ST und so, der eigentlich 1024ST hätte heißen müssen. Aber, naja, ich weiß auch nicht. Da krank die Idee schon. Nee, ist gut. Bringt es auch in irgendeiner Form weiter? Nein, ich wollte es nur mal einwenden. Achso, okay. Aber man müsste dann bei Carbats bleiben, finde ich. Das wäre konsequent, ja. Ja, dann würden die Computernamen auch immer länger werden. Das würde mir sehr gefallen. Wie Fernseher. Ja, und das Heft wäre schneller voll. Ja, vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, dass wir gerade nach der Heftproduktion sind und vielleicht etwas durch sind. Deswegen könnt ihr diese Folge etwas wirrer als sonst werden. Noch wirrer als noch. Willst du mal die Telefonnummer vom Anrufbeantworter, Herr Schack? Ja, die kann ich hier selbstverständlich auch gerne einspielen. Einspielen. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705. Das kann sie, Desiri. Ja, ja. Anrufen dürfen wir immer alle, außer Uli Hoeneß. Es gibt noch ein paar andere, die ich nicht aufwand haben möchte. Bis jetzt hat aber irgendwie nur Sven draufgesprochen, was irgendwie, wir haben gerade gesagt, wir sind froh, dass endlich jemand draufgesprochen hat. Wir haben selber angerufen. Das wirkt so ein bisschen. Das stimmt ja gar nicht. Ja, ja. Spielen wir was anderes ein. So was beweisen. Ich kann dich beruhigen. Wir haben noch jemanden, Claudia, der hat auch ihren Namen genannt, die sich zum Thema, ebenfalls zum Thema iTunes geäußert hat. Hi, ihr Lieben, hier ist die Claudia. Jetzt spreche ich euren legendären Anrufbeantworter und ich glaube, das würde noch mehr tun, wenn ihr die Telefonnummer in den Folgenotizen eintragen würdet, weil wer der Podcast hört, hat schon einen Stift zur Hand. Ja, und ich möchte gerne den Antrag hier mit, ich möchte antragen, mit in den iTunes-Hasser-Club zu kommen. Ich finde diese App eine absolute Katastrophe und ich vermeide sie, wo sie kann, weil egal ob auf dem Mac, auf dem iPad oder auf dem iPhone, ich irre da drin rum wie ein Verdurstender im Wald. Herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Podcast live im Quadrat. Ich höre euch total gerne zu, wer einfach so eure Ideen bequatscht. Macht gerne weiter so. Mir macht viel Freude und ich grüße euch, die Claudia aus Köln. Ciao. Gruß zurück, Claudia. Ja, Grüße. Total guter Hinweis, die Telefonnummer vielleicht auch in schriftlicher Form zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt inzwischen auch für alle alten Folgen nachgeholt. Allgemein haben wir bisher die Shownose relativ vernachlässigt. Das wird auch alles noch mehr und besser und so. Aber ja, ab jetzt steht die Nummer, die ihr davon auch schon gehört habt, nochmal in den Sendungsnotizen mit drin. Ansonsten vielleicht müssen wir tatsächlich so einen iTunes-Hasser-Club aufmachen, Herr Möller. Ja, kommt alle rein. Bitte mit so einem Ausweis. Also wie früher bei meinem Detektiv-Club. Können wir machen. Ja. Finde ich gut. Oder so ein Button noch, den erkennen wir uns auch auf der Straße. Oh, du bist ungeheim begrüßt oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Wie läuft das wohl bei Apple? Ob die alle unfähigen Programmierer ins iTunes-Team abschieben? Bisschen wie Herrn Oettinger nachher in die EU, oder? Herzlichen Glückwunsch, du wirst befördert, du kommst in den iTunes-Team. Oh nein! Feuert mich doch lieber. Ich gehe freiwillig. Das wird ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich zum Thema iTunes-Episode schon relativ verausgabt und das ist nicht besser geworden seitdem. Nee, ich habe kein Update. Ich habe gestern ein Hörbuch auf mein iPhone geladen und es nicht gefunden. Bis mir auffiel, ah, verdammt, das ist eine Bücher-App, ne? Es kommt drauf an. Ist es denn Musik oder ist es eine Hörbuch-Datei? Ich habe es in eine Hörbuch-Datei mit dem Audiobook-Binder gewandelt und dann per iTunes übertragen. Dann müsste es in der Bücher-App landen. Da habe ich es inzwischen auch gefunden, aber ich habe erst mal nur gedacht, die Übertragung hätte nicht funktioniert. Ja, also es bleibt ein einziges. Also ich werde auch Mitglied in diesem Club, wollte ich ja nicht nur sagen. Ach, willkommen. Danke. Ihr iPhone-Benutzer, ihr seid schon drollige Volk. Ach ja. Wie synchronisiere ich das denn wohl mit einem Android-Telefon über mehrere Geräte? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Dinge, die ich noch nie ausprobiert habe. Jetzt witscht ich. Ich habe ja auch nicht mehrere Geräte. Das ist ein Argument, ja. Ja, Claudia, Antragsformular geht ihr dann zu, so wie es diesen Club tatsächlich gibt. Vielleicht machen wir das einfach wirklich. Das wäre cool. Ja, ja. Antragsformular auf der Webseite. Ja. Faxabruf. Faxabruf. Oder schicken Sie eine Postkarte an folgendes Postfach. Wegen Sicherheit und DSGVO und so. Das ist ein Brief, aber die Rückbriefmarken darf man nicht vergessen. Ja, genau. Ja, in einem frankierten Rückumschlag. In dem Duftag. Ja. Genau. Wir haben aber auch noch einen weiteren Kommentar tatsächlich, der sich auf die Sendung davor, glaube ich, sogar noch bezieht. Nämlich, zum Beispiel Apple Watch, hat leider seinen Namen nicht genannt, aber das macht ja nichts. Jo, moin. Da ich um die Zeit ja vermutlich keinen mehr vom wohlverdienten Büroschlaf abhalte, kann ich ja auch mal anrufen. Eigentlich wollte ich nur sagen, was mich ja bei der ganzen Apple Watch etwas gewundert hat. Ich meine mich zu erinnern, dass sie bei der ersten noch gesagt hat, mit dem Cook oder einem anderen Heimsee, dass sie sich nicht auf die FDA zerstreifen, weil sie das einschränkt in der Entwicklung, was auch immer. Und jetzt machen sie es doch. Das zeugt doch eigentlich davon, dass sie weg vom Fitness, also die Uhr als Fitness, Gadget, vermarkten wollen, sondern schon mehr Richtung Gesundheit. Das ist das Einzige, was mir so aufgefallen ist, das mich ein wenig gewundert hat. Jo, ansonsten macht euer Podcast Spaß. Am Anfang dachte ich ja erst mehr, wäre mir zu lang und mittlerweile höre ich ihn gerne. Jo. So. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hat er recht ein bisschen, ne? Aber ich glaube, Apple wird das Thema Fitness nicht ganz über Bord werfen, das wäre dumm. Das denke ich auch nicht, aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Also sie haben ja schon jetzt in den letzten, über die letzten fünf Betriebssystem-Versionen, vier, fünf Betriebssystem-Versionen, mehrfach versucht umzudeuten, wofür das Gerät eigentlich da ist. Und jetzt gerade mit WatchOS 5, da haben wir ja auch schon mal länger drüber diskutiert in der Redaktion, ist ja ganz klar, dass dieser Fitnessbereich, Gesundheitsbereich und Benachrichtigungen, das ist, was da irgendwie funktioniert und Apps auf der Watch eigentlich auch nicht mehr stattfinden. Also auch während der Präsentationswatch OS 5 hat das keine Rolle gespielt, dass es da irgendwelche Apps auf der Uhr gibt. Mag vielleicht wiederkommen, jetzt mit dem größeren Display, ergibt es vielleicht auch für verschiedene Anbieter wieder mehr Sinn und auch mehr Power, vor allem das Ding auch schneller arbeiten, die Apps. Gibt es vielleicht für mehr Anbieter auch wieder einen deutlicheren Mehrwert, da vertreten zu sein, aber kommt als erster Weg, glaube ich, schon genau den, der, den der unbekannte Hörer gerade gesagt hat, so hin vor allem zur Gesundheit, aber was du auch gerade sagst, Thomas, die werden Fitness nicht außen vorlassen, weil das ist einfach noch der viel genutzterere Aspekt der Uhr. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, wir beide, dass Apple vielleicht hier mal einmal mehr über seinen Schatten springen sollte und die Apple Watch App, wie heißt die gleich noch? Du meinst die auf dem Handy? Ja. Das ist die Apple Watch App. Ach so, ja, so heißt sie tatsächlich. Vielleicht für Android entwickeln sollte auch, denn ich glaube, die Apple Watch sollte man nicht aufs iPhone festnieten. Gerade jetzt, wo die Gesundheitsfunktionen dazugekommen sind, ist das durchaus ein Markt, den sie weiter öffnen sollten. Wäre nicht dumm und würde niemandem wehtun, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass sie das insofern öffnen, als dass die Apple Watch ein Standalone Gerät wird, also jetzt gerade auch, wo das Ding an LTE Modem hat und man eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig weiß, wofür man noch eine Apple Watch App bräuchte. Klar, momentan ist es komfortabel, den Gerät einzurichten. Ich kann mir die Apple Watch als Standalone Gerät vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie das jemals mit Android koppeln werden, weil sie keine Kontrolle über die Daten haben, die auf den Android Geräten landen. Ja. Also allein aus dem, ich weiß, das ist der Punkt, an dem wir immer auseinander driften, weil es den Kunden auch relativ egal ist, aber für Apple ist Datenschutz ein wichtiger Punkt und sie werden die Daten, also gerade die ganzen Gesundheitsdaten, werden sie nicht auf dem Android Telefon rauslassen, wo sie keine Ahnung haben, wo die Daten hinwandern. Also Apple sagt, dass das ein wichtiger Punkt für die ist. Ja. Aber bisher sieht das ja auch so aus. Frag mal ein paar Chinesen, die sehen das anders. Der Chines, ja. Ja, das sind ja nur die Gesetze vor Ort, Thomas. Natürlich, ja. Den muss man sich natürlich beugen. Den muss man sich beugen. Das sehe ich ein, ja. Cool. Wir driften schon wieder ein Thema ab, die für 14 Podcasts rein, fürchte ich. Du meinst, das ist lang genug. Eigentlich müssen wir zu deinem Thema kommen. Eigentlich müssen wir, ich scharre schon mit den Hufen. Ich habe heute mitgebracht die Siri-Kurzbefehle für alle, die sich nicht so ganz damit auseinandergesetzt haben, Apple hat für iOS 12 eine neue App angekündigt im Sommer und die den wunderbaren Namen Kurzbefehle trägt und ihre Funktion soll sein, Siri durch eine Abfolge von Aktionen deutlich nicht intelligenter zu machen, sondern Dinge festlegen zu können, die Siri machen soll für einen. Also zum Beispiel ein Kurzbefehl, den ich für mich habe versucht anzulegen, wir kommen gleich noch zu dem Warum, ist zum Beispiel morgens mir einmal kurz zu erzählen, wie das Wetter wird und was für Nachrichten es gibt und wie mein Kalender aussieht, was meine Alexa zum Beispiel ja schon lange kann. Ich könnte das mit Siri auch, indem ich sie einfach frage und die Dinge einzeln abfrage, aber ich habe keine Lust morgens fünf Stunden mit Siri zu reden, zumal sie mich eh in der Hälfte der Zeit nicht versteht. Deswegen ist die Idee von der Kurzbefehle-App, du legst ein Befehl fest, du definierst, was du mit Siri als Befehl quasi mit ihr sprichst, ihr sagst und dann führt sie mehrere Aktionen hintereinander aus. Und ich bin gerade dabei, einen Artikel zu schreiben, der Kurzbefehle aus der Hölle heißt, weil die App für mich persönlich eine Katastrophe ist, ganz einfach. Das liegt an verschiedenen Gründen, zum einen hat sie sehr viele Bugs, ich komme gleich noch zu ein oder zwei, dann ist sie bei weitem nicht so unkompliziert, wie man das im ersten Moment denkt, weil die Idee ist ja, dass ja jetzt jeder Nutzer mit diesen Siri-Kurzbefehlen Dinge erleichtern kann. Ich habe spaßeshalber mal für MacLive einen Kurzbefehle geschrieben, der die letzten drei News vorliest, die auf der Webseite erschienen sind. Der ist, wenn du scrollst, gefühlt musst du drei Minuten scrollen, um am Ende anzukommen, damit das Ding funktioniert und dann funktioniert der jetzt am Ende auch nicht mal. Und das heißt, es ist überhaupt nicht unkompliziert und allein für mein Morgenroutine-Ding, wie wird's Wetter und was für Nachrichten gibt es, habe ich, glaube ich, insgesamt schon sechs Stunden gesessen und das Ding funktioniert immer noch nicht. Also die App ist auch unglaublich kompliziert. Okay, das liegt aber an der App nicht an dir. Es liegt vielleicht auch an mir, aber ich finde halt irgendwie der Ansatz war, dass jeder Nutzer das jetzt damit machen können soll. Ja, ich habe das gesehen, was du da gemacht hast. Das sah nicht aus, als würde das jeder Benutzer einfach so machen können. Ja, und dann gibt es halt so wunderbare Sachen wie, dass die Kurzbefehle-App nicht im Hintergrund ausgeführt werden darf. Also iOS schießt Apps nach drei Minuten ab, die nicht explizit davon ausgenommen sind, um Strom zu sparen. Das ist ja an sich eine gute Sache. Also wenn eine App länger als drei Minuten offen ist, muss sie dafür extra ausgelegt sein, weil sonst wird sie in den Ruhrmodus versetzt, kann keine Aktion mehr ausführen und spart Akku. Das ist bei der Kurzbefehl-App leider auch so, nur ist das unter Umständen ein bisschen doof, weil es zum Beispiel von Apple selbst definierten Kurzbefehl gibt, in dem man festlegen kann, wie lange Musik gespielt werden soll und dann wird die Musik ausgeschaltet. Und man kann da die Minuten festlegen. Da steht nirgendwo der Hinweis, du kannst übrigens nur drei Minuten Musik hören, danach würde die Wiedergabe nicht mehr beendet werden, weil die App abgeschossen wurde. Da steht dann nirgends. Du kannst zehn Minuten Wiedergabe einstellen, nach zehn Minuten hört die Wiedergabe aber nicht auf, weil die App nicht mehr im Hintergrund läuft, weil sie abgeschossen wurde von iOS. Und es ist eine Apple-eigene App. Das heißt, die hätten das einfach mit reinprogrammieren können, dass das funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob die ihren eigenen Kurzbefehl nicht mal getestet haben, ob sie nicht mal eine Playlist gestartet haben und geguckt haben, ob die auch länger als die angegebenen Minuten zerspielt oder nicht und solche Späße. Dann habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, was mich zum Beispiel auch noch tierisch aufregt. Man kann Siri, ja, Worte in den Mund legen. Also bei meinem Kurzbefehl für die Morgenroutine habe ich zum Beispiel reingeschrieben, dass sie guten Morgen Kaspar sagen soll, heute ist, dann das aktuelle Datum, dann dein erster Termin heute ist und so weiter und so fort. Wenn ich das ausführe, ich mache es hier mal spaßeshalber, in der App funktioniert das auch wunderbar. Kaspar, heute ist der 16. Oktober 2018, 15.03 Uhr. Dein erster Termin heute ist. Und so weiter und so fort. Das funktioniert wunderbar, wenn ich das aber über die Hey Siri Funktion mache. Jetzt hört sie mich wieder nicht. Hey Siri. Okay, sie macht es nicht. Also Vorführeffekt, wenn ich das über die Hey Siri Funktion mache, dann wird der Befehl ausgeführt, aber sie sagt jedes Mal zwischendrin, Kurzbefehle sagt. Guten Morgen Kaspar. Mach das mal spaßeshalber, ohne Hey Siri, über die Taste gesteuert. Morgenroutine. Kurzbefehle sagt, guten Morgen Kaspar. Heute ist der 16. Oktober 2018, 15.04 Uhr. Kurzbefehle sagt, dein erster Termin. Und so weiter und so fort. Also sie macht es bei jedem Schritt dazwischen, sagt sie dann Kurzbefehle sagt. Simon Says. Ja, aber in der App wird das zum Beispiel nicht angezeigt. Dann habe ich einen Kurzbefehl festgelegt, der, wie gesagt, die letzten drei News auf meckleif.de vorliest. Das Problem ist, der führt den Kurzbefehl wunderbar aus und ich habe auch den Befehl eingetragen, dass der Kurzbefehl am Ende der ganzen Reihe abgeschossen werden soll und beendet werden soll. Das funktioniert auch wunderbar, wenn ich den über die Kurzbefehle-App ausführe, 1A. Wenn ich das aber über Siri als Sprachbefehl starte, führt sie die Aktion durch, liest die letzten drei News vor, macht fünf Sekunden Pause und fängt von vorne an. Obwohl der Kurzbefehl gar nicht mehr läuft. Und das macht sie endlos. Das heißt, wenn man nicht zum Handy geht und sie händisch dazu bringt, aufzuhören, würde der Akku leerlaufen und das Ding stundenlang die letzten drei News von meckleif.de vorlesen. Das würde selbst mich wahnsinnig machen. Werden die dabei wenigstens aktualisiert? Also wenn zwischen den neuen News erscheinen, kriegst du was Neues? Das habe ich nicht ausprobiert, das müsste man mal gucken. Ich vermute aber nicht, weil der Kurzbefehl nicht mehr läuft. Und der Kurzbefehl ist ja erst, du rufe unseren RSS-Feed-Up, formuliere daraus einen Text, den du bitte vorliest, lies den Text bitte vor. Und da der Kurzbefehl ja beendet ist, müsste es immer der gleiche Text sein. Da ist echt viel Kraut und drüben. Aber so einmal so zwei Sachen zur Ehrenrettung des ganzen Ansatzes. Was ich wirklich nett finde ist, wenn man in den Einstellungen Siri und Suchen aufruft, bekommt man ja Kurzbefehle vorgeschlagen, basierend auf Aktionen, die man regelmäßig oder häufiger durchführt. Genau, dafür braucht man die App auch nicht, weil die App ist ja auch nicht standardmäßig installiert bei iOS 12, die muss man aus dem App Store runterladen. Und das ist auch was, was jeder kann, weil ich habe dann hier drin stehen als Vorschlag, sende eine Nachricht an Person und kann da einen Plus-Button drücken, habe da den Kurzbefehl. Gut, das ist noch kein gutes Beispiel, weil ich einfach auch so Siri sagen kann, sende eine Nachricht an Klaus-Peter. Aber vom Prinzip her funktioniert das da an der Stelle ganz gut. Und das andere, also ich glaube so Limitierungen in der ganzen Kurzbefehl-App, die kommen sicherlich, wenn die auch ein paar Sachen übersehen haben, das glaube ich auch, mögen aber auch vielleicht daher rühren, dass sie so ein bisschen Angst davor haben, was Menschen damit alles machen. Und Kurzbefehle, dass du dann tatsächlich diverse Kurzbefehle online findest, die dir dein Telefon leer machen, also jetzt akkutechnisch. Und dass sie deswegen vielleicht auch übervorsichtig sind, was dann aber dumm wirkt einfach. Ja, aber dann darf ich das nicht selber als Aktion, also der Kurzbefehl ist der Überbegriff und jeder Kurzbefehl besteht aus verschiedenen Aktionen. Fängt ja schon mal an, dass man ein neues Vokabular für diese App braucht. Dann darf ich das aber auch von Seiten von Apple nicht als Aktion anbieten, dass die Wiedergabe nach so und so vielen Minuten stoppt. Also das ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Und so viel kann die App ja auch gar nicht. Also ich stoße ja ganz bewusst oft auch an Grenzen. Was zum Beispiel nicht geht, ist, dass Airplay damit automatisch verbunden wird. Also wenn man einen HomePod hat, kann man nicht sagen, gib das wieder und spiel es automatisch auf dem HomePod ab. Das geht nicht. Und solche Späße, da sind zum Beispiel schon Grenzen. Bluetooth kann man auch nur ein- oder ausschalten. Man kann nicht sagen, verbinde dich automatisch mit dem und dem Bluetooth-Gerät, was du vielleicht schon kennst. Und da sind auch Grenzen. Komischerweise werden viele Grenzen dann wieder ausgehebelt durch diese Vorschlagfunktion. in den Einstellungen, weil es zum Beispiel keine Möglichkeit gibt, einen Timer zu stellen innerhalb der Kurzbefehle-App. Allerdings kann ich, wenn ich einen Timer eben gerade gestellt habe über Siri, taucht er in den Vorschlägen auch in der App auf. So. Und das sind so Kleinigkeiten. Warum sind gewisse Apps nicht drin, aber über die Vorschläge kann ich sie dann plötzlich benutzen und so. Und wenn du die App installiert hast, gibt es plötzlich zwei Orte, wo diese Siri-Kurzbefehle sind. Und das ist auch ein bisschen unübersichtlich. Also es wirkt alles überhaupt noch nicht fertig. Und allein, dass ich daran so lange basteln muss, um irgendwas hinzukriegen, das wirkt so überhaupt nicht Apple-like. Also wir haben ja mal gesagt, die AirPods sind mit unser Lieblingsprodukt im letzten Jahr, weil sie einfach aufsetzen, loslegen, wieder rausnehmen und fertig. Und die Kurzbefehle-App ist so überhaupt nicht Apple-like, was das betrifft. Wobei der natürlich so in allem, auch von Optik her, recht ähnlich dem Automator auf dem Mac ist. Ja, oder der Workflow-App. Die sehr übernommen. Ja, genau. Aber die Workflow-App war ja kein Apple-Produkt. Nee, die haben sie eingekauft. Aber Automator auf dem Mac kommt ja von Apple. Das ist hinreichend komplex und das nutzt auch kein normaler Mensch. Also ich kenne keine Privatpersonen, die das irgendwie nutzen würde. Nö, das ist zu komplex. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass so über 90 Prozent meiner Bekannten, die ein Mac haben, wissen nicht, dass es die gibt. Und ich nehme an, das wird mit dieser Kurzbefehle-App genauso sein. Echte Menschen wissen nicht, dass die existiert. Und Menschen, die wissen, dass sie existiert, wissen auch relativ zügig, worauf sie sich da einlassen. Das merkst du schon daran, dass die App im Grunde nicht stattfindet. Also weder bei der Berichterstattung von uns oder von anderen Seiten. Das, wo ich mir mal maximal Hilfe holen kann, sind irgendwelche Reddit-Sub-Foren, wo irgendwie irgendwelche Nerds dann, so wie ich, sich zusammensetzen und sagen, warum kann Siri eigentlich das und das nicht mit der Kurzbefehle-App? Und dann überlegen, wie man das kann. Und wenn das da in irgendwelchen Untergruppen stattfindet, zeigt das schon, dass das nichts großartig irgendwie. Ja, aber ich meine, Apple wird das ja geahnt haben, sonst würden sie die Kurzbefehle-App ja plakativer fahren, auch im App Store und so. Die werden wissen, dass das nicht fertig ist und dass es jetzt irgendwie eine gute Phase ist, dass Leute das mal ausprobieren und man gucken kann, woran Menschen scheitern. Das ist schon mal eine Beta-Version. Ja, ich wollte gerade sagen, dann soll man es Beta nennen. Dann würde ich mich auch teilweise nicht so aufregen. Dann soll man aber bitte auch eine Möglichkeit einräumen, Fehler irgendwie zu melden, wie das ja in der normalen Beta-Phase bei Apple ja auch ist. Es gibt ja in der Beta-Phase immer diese wunderbare Beta-App, wo man dann Fehler melden kann. Ich würde gerne bei Kurzbefehle 15 Fehler, die mir schon aufgefallen sind, dann Apple melden, in der Hoffnung, dass man sie abstellt. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, außer ich suche mir das irgendwo raus und schreibe jemanden hin und hoffe, das liest jemand. Einverteilt an Tim. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist es Phil Riggi der beste Ansprechpartner. Ich wollte gerade sagen, Phil wird wahrscheinlich eher derjenige sein, der das dann lesen muss oder umsetzen muss. Ja, also wie gesagt, mich stört halt ein bisschen daran, dass das Potenzial eigentlich riesig ist und man wirklich damit was anfangen könnte. Aber dass es dann halt häufig an der Umsetzung hakt, weil es entweder dumme Fehler sind oder die App das dann doch nicht kann. Was mich aber auch irritiert tatsächlich ist, dass wir jetzt ja schon seit längerer Zeit auch Siri auf dem Mac haben. Ja. Und dass ich den Kram nicht synchronisieren kann. Ja. Also weil ein Großteil der Kurzbefehle könnte auch ohne beides auf dem Mac funktionieren. Also Nachrichten schicken, Anrufe, alles was in Karten basiert ist oder Freunde finden. Das ist aber auch null vorgesehen. Das habe ich auch nicht verstanden, nachdem sie die Kurzbefehle-App vorgestellt haben oder von der Existenz berichtet haben während der WWDC und mehr oder weniger im selben Atemzug gezeigt haben und unsere tolle Aktien-App gibt es auch auf dem Mac und zwar als iOS-Portierung. Die Kurzbefehle-App, das wäre was gewesen. Also die ist auch von der Struktur her, vom Aufbau her hinreichend simpel. Also jetzt einfach nur, um die Software portiert zu bekommen. Und der darf ja noch echt mehr werden. Also weil es natürlich, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch mal die Kurzbefehle-App an. Lade da mal irgendwas aus der Galerie runter und macht diesen Kurzbefehle mal auf, was da wirklich hinter passiert. Ich habe auch bei dir gesehen, was dir dieser Mac Live-Kurzbefehl, den du versuchst da zu machen, alles so mit sich schleppt an Funktionen, Aktionen und Aufrufen. Das ist ja was, was du auch im Zweifel am Mac viel cooler hinbekommst. Ja, also ich steige da jetzt nicht ein, weil das dauert dann eine halbe Stunde, aber du hast schon recht, aber die App funktioniert auch eigentlich nur auf dem iPhone oder auf dem iPad gut, wenn sie denn funktioniert. Ich habe es versucht, mit der Apple Watch einen Kurzbefehl zu starten, macht sie, also sie fängt an rumzurödeln auf der Apple Watch Siri, sagt mir dann, dass irgendwas mit den Siri-Einstellungen nötig wäre und bietet mir einen Siri-Einstellungsbutton an. Wenn ich da draufklippe, passiert aber nichts. So, das ist schon mal der Bug auf der Apple Watch. Und HomePod haben wir tatsächlich nicht ausprobiert, weil unser HomePod im Büro nicht private Informationen weiterleitet, weil er mit einer Apple ID verknüpft ist und wir nicht von dieser einen Apple ID immer die Termine abfragen wollen oder die letzten Nachrichten vorlesen. Und da glaube ich, ist auch beschränkt, dass Kurzbefehle nur übertragen werden, die du eingerichtet hast, wenn du diese Freigabe aktiviert hast. Kann man auch überlegen, ob das sinnvoll ist. Aber gut, Kurzbefehle kann auch auf Kalender zugreifen und so, also es ist schon sinnvoll, dass das dann nur funktioniert. Ja, um einen letzten Bug noch um es einzuschließen oder ich bin in dem Fall auch wirklich zu doof. Ich habe nicht gefunden, wie man Sprachbefehle bei einem Kurzbefehl, die man Siri schon einmal mitgeteilt hat, löschen kann. Weil ich habe jetzt zum Beispiel unseren MacLive.de-Kurzbefehl, da muss ich zur Siri einfach MacLive sagen und sie startet den. Und wenn ich das einmal definiert habe, kann ich nie wieder bei einem anderen Kurzbefehl MacLive festlegen. Du musst den Kurzbefehl, glaube ich, löschen, ne? Ja, aber dann habe ich probiert, wenn du einen neuen anlegst und sagst MacLive, dann sagt die Siri, kennt die Phrase schon, ist leider schon belegt. Ja, das Problem hatte ich auch mal. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich das umgangen habe. Vielleicht ist es auch einfach nicht vorgesehen. Doch, doch. Es ging, also ich glaube, einfach durch das Löschen. Okay. Wenn irgendeiner da draußen vielleicht zufällig die Funktion schon gefunden hat oder sagt, Kurzbefehle, super, ich nutze das täglich und ich habe überhaupt keine Probleme, damit dürft ihr auch gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen. In der Tat, ja. Also insofern, ja. Ich will jetzt auch nicht zu lange über die App herziehen, aber... Ach nö, also ich finde das total interessant, weil ehrlich gesagt, ich habe mir das angeguckt und war dann relativ zügig zu faul, damit zu experimentieren. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, damit mich so reinzuknien. Ich glaube, das Potenzial, was da drin steckt und ich glaube, deswegen rege ich mich auch wirklich so auf, weil es halt überhaupt völlig ungenutzt ist. Und so auch nicht funktionieren wird. Also selbst wenn es jetzt eine inoffizielle Beta-Phase ist. Ja. Jeder, der die App jetzt einmal aufgemacht hat, probiert hat, wird sie in Zukunft nie wieder anfassen. Ich habe es übrigens gerade herausgefunden. Ah, danke Sven. Leid Feedback. In den Einstellungen von, da wo du auch den Siri-Kurzbefehl hinterlegst, ist ein bisschen verwirrend, ne? Oh Gott, jetzt spielt er hier gleich was. Du bist wo? Du bist bei Einstellungen Siri und Suchen? Nee, ich bin bei der Kurzbefehle-App. Also du gehst? Du gehst? Ja, siehst du, jetzt kommt hier wirklich Musik. Geh mal. Die Siri-Phrase, wenn du da rauf gehst, kannst du unten auf Kurzbefehl löschen klicken. Okay. Ist ein bisschen irritierend, dass da auch Kurzbefehl steht, aber erlöscht. Ja, und was ist, wenn ich den Kurzbefehl vorher gelöscht habe, ohne die Phrase zu löschen? Ich glaube, das war nämlich mein Fehler. Dann bist du in der Hölle gefangen. Ja, deswegen auch Kurzbefehl aus der Hölle. Okay. Also wir sehen, es ist noch sehr viel Luft nach oben. Und ich finde halt, was mich auch ein bisschen stört, Workflow hat für mich eigentlich relativ gut funktioniert, aber die App gibt es jetzt auch nicht mehr. Also die ist tot. Die ist von Kurzbefehle gekillt worden. Und Kurzbefehle ist für mich aktuell einfach kein Ersatz. Punkt. So, deswegen ist es doppelt schade. In der Tat, ja. Also weil es ja auch grundsätzlich erstmal vielversprechend ist. Ja. Aber mal gucken, vielleicht iOS 13 oder weil es ja auch eine einzelne App ist, kann die ja auch selber Updates erhalten. Ich denke auch, die werden da vorher was nachliefern. Und falls ihr eine Adresse habt, wo ich meine lange Backliste hinschicken kann, sagt auch gerne Bescheid. Oder wenn Phil irgendwas möchte. Ich gebe dir nachher mal eine Adresse. Gib mir mal eine Adresse, dann schicke ich da mal ein paar Kommentare hin. Genau. Und was Kasper auch schon sagte, wenn ihr gute, funktionierende Kurzbefehle habt, ruft uns gerne an, unter der vorhin schon abgespielten Nummer und jetzt auch sich in den Sendungssetizen befindlichen Nummer oder schickt uns eine Mail mit dem Kurzbefehl der Gutfunk. Also man kann ja Kurzbefehl auch teilen. Ja, genau. Wenn ihr was Cooles habt, einfach per Mail an uns und wahrscheinlich am besten direkt an dich. Ja, von mir aus gerne. Da müsstest du jetzt deine Mailadresse sagen. Ungewohntes Gefühl. C.A-L-L-W-O-E-R-D-E-N at falkemedia.de Schreiben wir auch nochmal in die Noten. falkemedia.de Ich glaube auch. .de, ihr kriegt das hin. Cool. Gut. Ja, es gibt auch noch eine deutsche Seite für diese wunderbaren Kurzbefehle, die Sammelseite. Das schreibe ich auch nochmal irgendwo auf. Ich habe die jetzt gerade nicht. Ich finde die nicht. Es gibt eine Community, tatsächlich eine deutsche Community, weil ja englische Kurzbefehle sehr viele zu finden sind. Aber es gibt eine Seite, die auch deutsche Kurzbefehle sammelt. Für international ist Sharecuts, glaube ich, ganz gut. Heißen die Sharecuts? Genau, ich glaube, die heißen Sharecuts. Ja, genau. Jetzt haben wir gerade schon wieder über einen anderen Verantworter gesprochen. Das ist eine fast gute Überleitung. Ich habe unlängst mal wieder telefonieren dürfen. Und zwar habe ich telefoniert mit Reinhold Gatzka. Reinhold Gatzka ist der Geschäftsführer von CPN, dem Apple-Händler-Netzwerk. Und ich habe mit dem mal ausführlich, ich glaube, eine gute halbe Stunde darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist, Apple-Händler zu sein. Was Apple einem ermöglicht, was sie bei ihm auf den Steinen in den Weg legen. Reinhold ist da schon seit vielen, vielen Jahren mit an Bord und hat mitbekommen, wie das eigentlich so ist, wenn man ein florierendes Business hat mit, wir verkaufen Apple-Geräte und dann Apple auf einmal sagt, Deutschland, das ist ein cooles Land, wir machen eigene Stores auf. Was das so bedeutet. Und das Interview hört ihr jetzt. Ich spreche heute mit Reinhold, Reinhold Gatzka. Reinhold, wer bist du und was machst du eigentlich? Ich bin der Geschäftsführer der CPN. Das heißt, der CPN ist ein Händlerverbund von Apple-Händler, den es seit dem Jahre 2003 gibt. Den habe ich damals zusammen mit der Firma Comspot gegründet. Wir sind derzeit 100 Mitglieder in Deutschland, die alle eine gewisse Affinität zur Marke Apple haben und seit sehr vielen Jahren auch haben. Ich selbst bin im Apple-Markt tätig seit dem Jahre 1991. Damals habe ich einen Apple-Händler gegründet und bewege mich seitdem in diesem Markt. 1991, das heißt, du gehst jetzt auch schon auf die 30 Jahre quasi langsam, aber sicher zuliehen und Apple zu tun hast. Das hätte ich nicht erwähnen sollen. Ich glaube, unsere Hörer können Mathe. Dafür reicht es bei den meisten noch. Ich habe einen Mathelehrer gehabt, der hat immer früher gesagt, der Zahlenraum bis 10 ist das Schwerste, danach wiederholt sich alles nur noch. Das fand ich mal ganz sympathisch. Von daher, das traue ich allen Menschen zu, dass sie selbst darauf gekommen wären. Viel spannender ist aber der Punkt, wenn du sagst, CPN als Händler-Netzwerk existiert dann in irgendeiner Form so seit 2003. Das heißt, du bist da 5, 6 Jahre länger dabei, als Apple selbst in Deutschland mit eigenen Stores auftritt. Die haben dann ja 5, 6 Jahre nach euch den ersten Store in München aufgemacht. Merkt ihr was von der Präsenz von Apple im stationären Handel? Belebt das das vielleicht sogar das Geschäft oder ist das für euch ein Problem? Ist Apple eine Konkurrenz in dem Sinne? Ja, natürlich ist jeder Anbieter von Apple-Produkten erst mal ein Konkurrent. Ich meine, wir hatten natürlich, gab es damals diese Aufregung, wie die Apple Stores aufgemacht haben und sie waren auch teilweise sehr aggressiv. Aber ich denke, nach 10 Jahren haben sich die Kunden und auch die Marktanteile entsprechend verteilt und man existiert nebeneinander. Und es ist natürlich immer gut, wenn ein Kunde zu Apple geht. Apple kann gewisse Dienstleistungen nicht anbieten, wo der Handel dann durchaus kooperativ auch mit Apple und den Apple Stores zusammenarbeiten kann. Das finde ich so einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe das auch so, dass wenn mich Leute im privaten Umfeld fragen, mit Hardware-Problemen zu Apple-Produkten, wo sie hingehen sollen, dass natürlich man, es liegt immer so nahe zu sagen, ja, geh doch zu Apple. Die wissen, was sie tun, die wissen, was sie da haben. Inzwischen sind natürlich aber auch, ich weiß gar nicht, ob es bundesweit ist, aber zumindest hier oben im Norden, die Wartezeiten da absurd lang, weswegen ich tatsächlich dann in der Regel auf Apple-zertifizierte Partner verweise, weil man da viel häufiger, viel schneller irgendwie drankommt. Ich nehme auch an, dass das einer eurer großen Vorteile über Apple ist, oder? Ja, wir haben eine Reihe von zertifizierten Partnern und Apple ist ja auch bekannt dafür, dass die Zertifizierungskriterien sowohl im Vertrieb als auch im Service sehr hoch sind. Also das heißt, wir haben hier bei den Partnern eine extrem hohe Qualität und auch die Verfügbarkeit von Teilen, das funktioniert im Prinzip nahezu genauso schnell wie im Apple-Store. Lagern sind die nicht, aber in den meisten Fällen sind die am nächsten Tag verfügbar. Das heißt, der Kunde muss nicht lange warten. Also die Qualität, auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist wirklich gut. Also das kenne ich von keinem anderen Hersteller in dieser Qualität wie von Apple. Wenn ich jetzt zu euch komme mit irgendwelchen, zu einem eurer Händler mit irgendwelchen absurderen Problemen, wenn ich sage, hier mein Mac ist irgendwie alt und lahm geworden. Seid ihr mein Ansprechpartner, um da auch mal in ältere Macs SSDs einzubauen oder so, was Apple offiziell zumindest nicht tut? Ja, natürlich. Ich meine, das ist natürlich von Händler zu Händler unterschiedlich, aber das ist natürlich ein Herausstellungsmerkmal für selbstständige Händler, dass sie Dinge tun, die Apple selbst nicht macht. Ich meine, eine SSD einzubauen, das ist ja nicht nur damit getan, jetzt einfach mal Kiste aufschrauben und dann eine SSD reinzusetzen, sondern da gibt es Sensoren, die man beachten muss, Hitzesensoren. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt. Und da ist der Apple-Händler vor Ort der erste Ansprechpartner. Mal eine kurze andere Frage von der anderen Seite rangegangen. Wie werde ich eigentlich CPN-Mitglied? Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ach, hier dieses ganze journalistische Gedöns und Podcast, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache auch so einen Apple-Laden auf, ist vermutlich eigentlich ein unfassbar einfacher Einstieg. Also natürlich ist der Einstieg schwer. Also ich meine, im Prinzip CPN-Mitglied zu werden, ist das eine. Ich meine, du solltest in der Region tätig sein, wo wir noch nicht zu viele Partner haben. Du solltest ein gewisses Know-how mitbringen. Und natürlich ist jetzt zu sagen, eine Apple-Autorisierung, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne Apple-Autorisierung, dies und das, der kann ja sagen, vergiss es einfach, das wirst du nicht erreichen können. Die Chance ist vielleicht in ein paar Jahren da, wenn du erst mal gezeigt hast, dass du am Markt präsent bist und dann aus irgendeinem Grund sich eine Möglichkeit ergibt, dass Apple auch wieder neue Händler autorisiert, besteht eine Chance. Aber du kannst aktiv werden. Es gibt Kollegen, mit denen man dann reden kann, wo der Bezug von Ware geregelt wird. Im Prinzip, wie man auf dem Markt einfach auftreten kann als Dienstleister mit der Marke. Du sagtest gerade, dass das nicht so schnell passiert, dass Apple dann neue Händler überhaupt zulässt. Das heißt, es ist so ein relativ enges Kontingent mit so einem Vergabeverfahren. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, guten Tag, hier bin ich, ich mache hier mal einen Kurs bei euch. Dann bin ich Apple-zertifiziert und dann gehe ich zu euch und sage mal, guck mal hier, ich habe ein tolles Zertifikat an der Wand hängen. Ich möchte jetzt auch CPN sein. Sondern Apple hat da schon irgendwie auch mal den Daumen drauf. Apple hat den Daumen drauf und natürlich, um Händler zu werden. Wir sind momentan bei Apple, es gibt ja immer Phasen. Ich meine, wie gesagt, du hattest da vorhin gerecht. Ich bin schon ein paar Tage dabei. Es gibt Phasen, wo Apple Händler sucht. Es gibt Phasen, wo Apple Händler abbaut. Momentan sind wir ja in der Phase, wo immer noch eine Konsolidierung läuft. Also Apple ist auf dem Weg zu weniger Partner. Und in solchen Phasen ist es natürlich auch schwierig, eine Neuautorisierung zu bekommen. Ich meine nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und die Hürden sind sehr, sehr hoch. Die Hürden sind hoch im Sinne von, also bürokratischen Hürden oder sind die Anforderungen, die technischen, die Know-how-Anforderungen so hoch? Bürokratisch würde ich gar nicht sagen. Es sind einfach die Anforderungen an der finanziellen Ausstattung, Personal, Schulung des Personals. Also das ist schon eine Hürde, wo man dann einiges an Geld in die Hand nehmen müsste, um überhaupt mal auf den Stand zu kommen, dass man eine Autorisierung bekommen könnte. Und muss ich den Part quasi schon hinter mich gebracht haben, bevor ich auch mit euch rede? Oder sei ich dann auch der Partner, der mich dann im Zweifel mit Apple in Verbindung bringt, also hier, der bräuchte mal dringend so eine Zertifizierung? Wir haben auch einige Partner, oder sehr viele Partner, die keine Apple-Zertifizierung haben oder nicht mehr haben, weil einfach sie die Größe nicht mehr haben und sagen, wir konzentrieren uns auf das Geschäft, was wir können. Wir brauchen hier die Apple-Autorisierer nicht. Und die fahren in der Regel, inzwischen sind die glücklich. Am Anfang haben sie alle geweint und gesagt, okay, gut, kein Apple-Händler mehr so offiziell und ist alles schrecklich. Hat sich herausgestellt, ist gar nicht so. Sie fahren einfach besser derzeit und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wenn jemand wirklich sagt, ich will mir dies antun und will ich hier die Autorisierung von Apple, können wir ihm natürlich sagen, wo die Hürden liegen, können auch Kontakte herstellen. Aber wenig würde jemand einfach wenig Hoffnung machen. Das muss man einfach ganz realistisch sehen. Welche Vorteile habe ich denn als Händler, wenn ich an euch herantrete? Also ich nehme an, dass wir natürlich so etwas Ähnliches wie eine Einkaufsgemeinschaft auch dann darstellen. Richtig, wir sind auf der einen Seite eine Einkaufsgemeinschaft. Das heißt, wir vermitteln Konditionen von Distributoren, Lieferanten an unsere Partner. Das ist ein klassisches Geschäft, wie sie andere Einkaufsgenossenschaften auch machen. Des Weiteren sind wir ein Dienstleister, der gewisse Dienste den Partner zur Verfügung stellt. Das geht bei ganz banalen Dingen wie Leasingkonditionen, Finanzierungskonditionen, Konditionen bei gewissen Paketdienstleistern, Beratungen oder Sammlung von Informationen. Wir hatten ja jetzt das aktuelle Datenschutz-Grundverordnungsjahr hinter uns, wo wir einfach versuchen, Informationen zu sammeln, fundierte Informationen zu sammeln, um die an unsere Partner weiterzugeben, dass nicht jeder hingehen muss, muss seinen eigenen Rechtsanwalt beschäftigen, um hier überhaupt mal so eine Grundbasis zu entwickeln. Nächstes Thema, was jetzt für uns wieder als Dienstleister auf der Uhr steht, ist das neue Verpackungsgesetz. Einfach, um unsere Partner zu informieren, Achtung, 1.1. tritt das in Kraft, ihr habt hier gewisse Pflichten, bitte einhalten, damit ihr nicht in Abmahnungsfallen oder sonst irgendwas hineinlauft. Das ist vielleicht ein bisschen Absatz vom Thema jetzt gerade, aber es gibt ein neues Verpackungsgesetz. Ja, es gibt schon einige Zeit, tritt ab 1.1. in Kraft. Das heißt, jede an den Endkunden gebrachte Verpackung muss registriert und bezahlt werden. Was neu an diesem Gesetz ist, ein bisschen vom Thema weg, aber macht ja nichts, was neu an diesem Gesetz ist, es besteht eine Registrierungspflicht für alle, die die Verpackung an Verbraucher liefert in irgendeiner Form. Also nicht für den Hersteller, sondern für den Händler tatsächlich? Ja, die Definition ist natürlich, Hersteller ist jemand, der Verpackung zum ersten Mal an Endkunden bringt. Das ist die Definition Hersteller, was in der Regel ein Online-Händler zum Beispiel wäre. Das heißt, es gibt ein neues zentrales Register und das ist öffentlich einsehbar und hier muss er sich registrieren. Wenn er dann nicht registriert ist am 1. Januar, könnte ein Wettbewerber natürlich hingehen und ihn abmahnen. Also ist wieder eine kleine neue Falle, die sich da aufgetan hat und ist noch gar nicht so groß in den Medien, aber ist auch kein Riesenakt, sich hier registrieren zu lassen, aber man muss es halt einfach mal tun. Das ist spannend. Ja, sicherlich so ein Nebenkriegsschauplatz, aber habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Das sind so Dinge, wo wir einfach hören, was ändert sich wieder gesetzlich und worauf müssen unsere Partner auch achten. Ja, das heißt, ihr habt auch vermutlich so ein internes Schulungsprogramm dann in all solchen Belangen. Wir kontaktieren dann entsprechende Stellen. Wir haben im Hause einen Juristen, der uns hier beraten kann und der hat auch auf unserer letzten Veranstaltung einen guten Vortrag zu dem Thema Datenschutz-Grundverordnung gehalten. Das heißt, wir schaffen hier einfach Kontakte und unterstützen Händlern in seinen Aktivitäten nach außen. Okay. Kommen wir zurück zu den Kunden, die bei euch oder allgemein die Apple-Produkte erwerben. Wir haben schon gerade gesagt, dass man bei euch in der Regel mit kürzeren Wartezeiten rechnen kann, zumindest im Vergleich zu den hochfrequentierten Apple-Stores in Ballungsgebieten, wo ja fast alle Apple-Stores sind. Was unterscheidet euch sonst noch so von Apple selbst? Wie versucht ihr euch da ein bisschen von abzugrenzen auch, um zu sagen, ja, es gibt Apple, wir verkaufen auch Apple, aber kauft das doch lieber bei uns. Ja gut, ich meine, jetzt meine ganz persönliche Meinung, die Apple-Stores sehe ich in erster Linie für die Versorgung von Privatkunden prädestiniert. Das sind schöne Shops, da können die reingehen, können sie Produkte anschauen. Das sehe ich die auch. Parallel dazu hat Apple ja diesen sogenannten Apple-Premium-Reseller geschaffen. Die bieten ein ähnliches Einkaufserlebnis wie die Apple-Stores, nur nicht ganz auf dieser Größe und Fläche, was natürlich auch nicht so leicht realisierbar ist für einen Händler. Das ist auch keine Frage. Daneben haben wir natürlich die Apple-Authorized-Reseller, das sind die Händler, die Know-how haben. Also sobald es einfach über die Beschaffung von Ware und zur Kasse gehen hinausgeht, sind das die Ansprechpartner. Wo es um Menschen geht, die mit ihrem Rechner ihr Geld verdienen. Um Konzerne, um mittlere und kleinere Unternehmen. Das sind die Händler natürlich gegenüber Apple deutlich im Vorteil, beziehungsweise im Vorteil. Apple ist in diesem Geschäft weniger aktiv oder bis gar nicht aktiv. Das heißt, hier haben die Händler einen großen Freiraum und können sich gut entfalten. Das heißt, ich genieße dann vermutlich den Vorteil, dass ich dann bei euch so komplette Lösungen dann eher einkaufen kann als bei Apple. Ich meine, klar, wenn ich, das ging ja vor ein paar Jahren, wenn ich die Axel Springer AG bin und sage, ich brauche hier mal 13.000 Mitarbeiter mit Max uns gestartet, dann gehe ich wahrscheinlich weiter zu Apple. Aber als, so ich sage mal, normaler Mittelständler bin ich dann bei euch besser aufgehoben? Ich würde sagen, selbst dieser Weg ist von Apple gar nicht mehr jetzt so, dass die Axel Springer AG unbedingt jetzt bei Apple kauft. Die kauft, ich weiß nicht, wo sie derzeit kaufen, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass es beim Händler sogar ist in dem Fall. Wir haben natürlich kompletten Zugriff auf das Sortiment, was es an Ware in Deutschland gibt. Apple als Retail-Organisation, die Apple Stores, haben natürlich ein definiertes Segment. Ist im Retail ja normal, ich habe dem die Anbieter. Aber wenn der Kunde zu uns kommt, ich hätte gern den Monitor von Yama oder ich hätte gern den, dann kann er den auch haben. Was im Apple Store ja so nicht möglich ist. Die haben ja das Sortimentende. Ja, das ist tatsächlich auch, das ist nichts, wo Apple einen dann einschränkt. Also wenn ich jetzt irgendwie Apple Premium-Reseller sein möchte, dann kriege ich keinen Katalog ausgedruckt von Apple, wo drin steht, hier, das kannst du anbieten, sondern ich habe da weiterhin meine Freiheiten. Ich habe alle Freiheiten, was der Markt mir zur Verfügung stellt, ja. Was tatsächlich ja spannend ist, weil, also ich hatte bisher immer so die Vorstellung, dass Apple auch da auf das Sortiment einen deutlich mehr den Daumen drauf hat und vielleicht auch einfach gar nicht möchte, dass dann da Produkte von möglichen Konkurrenzfirmen in demselben Laden vertrieben werden oder so. Vertrieb ist die eine Definition, es geht um die Ausstellung. Es ist natürlich nicht erlaubt auf den Möbeln von Apple, was ja auch Sinn macht. Hier ist, besteht ein gewisses, ist jedem wahrscheinlich schon aufgefallen, die haben unterschiedliche Farben. Es gibt Graue und es gibt Weiße und auf Weißen sind nur die Apple-Produkte. Auf Grauen hat man Möglichkeit, andere Hersteller mit abzubilden, die als Ergänzung zu den Apple-Produkten gelten. Aber rein vertriebstechnisch kann natürlich auch jedes andere Produkt vertrieben werden. Es darf halt nur nicht auf diesen Möbeln ausgestellt werden. Wenn du an dem ganzen Konstrukt, was es so gibt, wenn du so ein bisschen Wunschkonzert spielen dürftest, was würdest du am liebsten ändern oder verbessern für dich und für euch? Ja, das ist schwierig. Also ich sage mal, es ist wirklich schwierig, weil jedes Wunschkonzert wird irgendwann dazu führen, dass es wieder auf demselben Level landen wird, weil der Markt entwickelt sich und sucht seine Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir müssen alle Händler stärken und, 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 dann wird es dazu führen, dass es immer mehr Händler geben wird und dann wird die Konkurrenz daherkommen. Also ich sage, mit der momentanen Situation sind wir grundsätzlich gar nicht so unzufrieden, weil Apple regelt immer noch den Zugang zum Markt in irgendeiner Form durch Autorisierung und es ist kein ganz wildes Hauen und Stechen. Also ich habe da keine speziellen Wünschen. Ich würde mir natürlich immer eine Stärkung des klassischen Kanals, Händlerkanals wünschen, aber ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass es andere Bezugswege von Produkten, die retail-affin sind, wo auch Volumen gemacht werden muss, die Händler einfach nicht schaffen. Also da habe ich durchaus Verständnis dafür, dass man andere Vertriebswege hier auch sucht. Ist, wenn ich als allgemein, als Elektronik-Händler Apple im Sortiment habe und da auch drauf setze, ist das nach wie vor so eine Art Garant für meine Existenz, weil das Produkte sind, die Menschen sehen wollen und halt dann vielleicht doch nicht online kaufen? Oder ist der Online-Handel das, was irgendwie am meisten drückt? Gut, wir haben im Apple-Markt einen Online-Handel. Ich meine, die Handelsmarge ist für Apple-Produkte wie IT generell, würde ich sagen, relativ dünn. Natürlich hat der Online-Handel aufgrund der Kostenstrukturen bessere Möglichkeiten zu kalkulieren und bessere Preise zu machen. Das ist klar und das drückt auch und das ist ein Wettbewerb, dem man sich stellen muss. Da führt kein Weg daran vorbei. Ich meine, Retail oder alles, was stationär Handel betreibt, hat hohe Kosten und kann eigentlich von dem empfohlenen VK nur bedingt abweichen. Aber so ein großer Punkt oder ein großes Plus, was ihr habt gegenüber dem Online-Handel oder gegenüber dem klassischen Online-Handel, sage ich mal, oder auch gegenüber dem Einkauf bei Apple im Online-Shop selbst, ihr macht relativ viele Veranstaltungen auch für Privatkunden in den einzelnen Läden. Was erwartet mich da so? Ja, wir bieten oder mit Partnern zusammen, mit Herstellern machen wir immer wieder Roadshows, machen wir kleinere Veranstaltungen in den Läden, wo auch vom Hersteller in der Regel jemand vor Ort ist, wo man sich Produkte genau erklären lassen kann, ob das eine Firma Elgato ist, eine Firma LG oder sonst irgendwie, dass wir sagen, okay, wir versuchen hier ein Thema zu transportieren in den Läden, das sind dann kleinere Veranstaltungen oder wir machen eine komplette Roadshow, wo ein Thema, wo mehrere Hersteller zusammenkommen, wo Vorträge gehalten werden, wo man dann auch Lösungen vor Ort schon andenken kann mit dem Handelspartner und der Hersteller ist dabei. Also hier kann man verschiedene Dinge schon gestalten und ich denke, wir sind da gut aufgestellt. Und das Veranstaltungsthema ist immer auch ein schwieriges Thema, weil mal finden die Herstellerveranstaltungen gut und dann kommt wieder ein Jahr, wo sie es weniger gut finden, aber in der Regel geht es mal so hin und her. Weniger gut, weil es auch Aufwand bedeutet oder ist das eher ein Finanzierungsproblem dann? Es ist natürlich ein Finanzierungsproblem. Bei so einer Veranstaltung entstehen Kosten und das muss irgendjemand mitfinanzieren und hier versuchen wir natürlich die Hersteller mit an Bord zu nehmen. Bietet ihr auch so Lehrveranstaltungen an? Ich meine, ich kenne die Roadshows von euch, ich habe da auch schon mehr von dann teilgenommen, aber gibt es so ein CPN-Pendant zu den Kursen quasi, die Apple auch anbietet, die auch in der Regel überbucht sind? Das machen die Händler fort. Also hier mischen wir uns nicht ein. Wir wissen, dass einige Kollegen solche Kurse machen, wo der Kunde sich reinsetzen kann und kann ganz individuell sein Thema mit Face-to-Face besprechen. Ich sitze hier in Würzburg, ich laufe da immer an dem Kursraum vorbei und sehe, wie die Leute dann ihre Schulungen bekommen, individuell. Was ich auch nach wie vor tatsächlich klasse finde. Natürlich ist es mir noch lieber, wenn die Menschen unser Heft kaufen und da was drin lagen. Aber im Grunde ist es ja, Apple ist da auch die einzige Marke, bei der mir das so auffällt. Das mag auch sein, dass ich dann da vielleicht ein bisschen betriebsblind bin, aber das ist so eine, das ist keine echte Szene, aber dass es überhaupt so herstellerspezifische Veranstaltungen gibt, wo auch normale Menschen freiwillig hingehen, kenne ich sonst von nirgendwo her. Nein, das wüsste ich jetzt auch nicht, dass es in anderen Bereichen, das gibt vor allem für Konsumenten nicht. Ich meine, klar gibt es Firmen, die wieder Firmen beliefern, wo die individuell sowas machen und auch Veranstaltungen und Roadshows für Mittelständler und alles Mögliche, das gibt es auch. Aber so für wirklich, für einen Endverbraucher oder einen kleinen Gewerbetreibenden wüsste ich jetzt auch nicht, dass es von anderen Herstellern sowas gibt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so detailliert über Apple-Produkte reden können, aber eine Frage, die mich umtreibt und die in der Redaktion auch häufiger mal aufkommt, ist, wie geht es eigentlich diesem HomePod so? Da zählt Apple ja herzlich wenig zu. Kannst du, darfst du dazu was sagen? Verkaufen Menschen den HomePod? Sie kaufen ihn, ich habe auch einen. Ja, ich tue mir natürlich auch schwer, das Produkt zu positionieren. Also momentan ist es ja, würde ich mal so sagen, eher als Lautsprecher positioniert. Das macht er gut, keine Frage. Ich würde mir aber natürlich ein bisschen mehr wünschen. Und als Assistent zu Hause ist das Produkt noch nicht so weit wie andere von den Mitbewerbern, muss man leider so feststellen. Aber ich denke, da wird Apple dran arbeiten. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Daten zu tun. Welche Daten hat Apple zur Verfügung? Welche Daten haben andere zur Verfügung? Ich meine, Apple beschneidet sich einfach natürlich selber, was ich gut finde, dass es die Daten einfach nicht rigoros individuell ausnutzt. Ja, das ist auch mal so ein bisschen mein Kampf, den ich führe. Zum einen auch in der Redaktion selbst, aber auch im privaten Umfeld, aber auch mit Lesern, dass man relativ schnell in die Rolle kommt, Apple verteidigen zu müssen oder zu wollen, was natürlich für Apple nicht verkehrt ist, wenn Menschen in diese Rolle schlüpfen. Aber genau mit diesem Aspekt, ja, Alexa kann mehr und dann Google Home kann irgendwie auch mehr, aber hast du mal bedacht, dass A, B und C, was den meisten Menschen aber leider egal ist. Bis mal irgendwas passiert natürlich nur, aber ja. Also mir ist es nicht egal. Also ich habe mich aus diesen Diensten komplett verabschiedet. Muss ich sagen, habe ich alles abgemeldet. Ich bin da nirgendwo mehr dabei. Und derzeit ist Apple der einzige Hersteller, der mir verspricht, dass mit den Daten nichts passiert. Das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen und zu sagen, ist es mir das wert, 100 Euro an einem Produkt zu sparen, aber meine Daten werden mit GPS-Signale, mit meinen Einkaufsdaten und sonst was verknüpft. Darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Vor allem der einzige Hersteller, das nicht nur verspricht, sondern dem bislang, soweit wir wissen, auch noch keine Daten abhandengekommen sind. Was ja auch momentan häuft sich das ja, dass Hersteller sich mal auch große Anbieter zu Wort melden, sei es das Facebook, Google, die Telekom, Sony, die häufiger mal Pressemitteilungen oder, naja, das ist ja keine Pressemitteilung, aber Bekanntmachungen rausgeben müssen, in denen drin steht, ups, das wollten wir so nicht, aber alles ist futsch. Ja, ja, klar. Das stimmt, ja. Was wird denn, also wir haben jetzt heute Tag der Aufnahme, ist der 12. Oktober, aber wir steuern tatsächlich und im Einzelhandel vermutlich ja noch viel mehr mit gewaltigen Schritten auf dieses Weihnachtsthema irgendwie zu. Was wird denn dieses Jahr so der große Kassenschlager? Ja gut, ich meine, wir haben traditionell, iPhone ist natürlich nicht wegzudenken, da werden große Stückzahlen gehen. Ich vermute, dass wir demnächst noch eine Ankündigung bekommen, wo neue Produkte vorgestellt werden, die dann auch gut gehen werden. Was uns ein bisschen überrascht hat, war die Nachfrage nach der Apple Watch. Also das wird für mich persönlich die Überraschung des Jahresendes werden von Stückzahlen, die hier gehen. Das wäre tatsächlich auch meine Vermutung. Also ich persönlich hoffe auch noch auf eine neue Version von Airpods, die letztes Jahr schon ein ziemlicher Kracher waren, was man so hört und liest überall. Aber ja, die Apple Watch 4 ist auch mein Star des Jahres bisher. Ja, muss ich auch sagen, also ich warte auf Malen immer noch, es nicht beizukriegen. Und ich habe alle Distis durchtelefoniert. Also das Produkt ist wirklich ganz, ganz, ganz schwer verfügbar. Und wir hatten, ich habe es in Würzburg hier erlebt, beim Erstvorstellungstag fast so ein iPhone-Feeding wie vor zehn Jahren, Produktvorstellung, dass die Leute so ein bisschen Schlange vom Laden gestanden waren, um sich die Uhr anzuschauen. Und die Uhren, die da waren, waren innerhalb von wenigen Minuten weg. Das darf ich auch sofort, weil das ist jetzt ja schon, also wir haben so einen Testbericht, den wir verfasst haben, online unterm Heft, der ist betitelt mit vom Gadget zum Lebensretter, was tatsächlich auch keine echte Betreibung ist. Und ich glaube, den Leuten wird langsam klar, dass es halt kein Spielzeug ist. Es ist noch nicht ganz da, wo das iPhone heute ist, so von der Stellung her, die die Uhr einnimmt, aber es ist auf dem Weg dahin. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Ich meine, das muss man ja auch mal an Apple zugutehalten, wenn sie ein Produkt ankündigen. Dann haben sie auch einen gewissen langen Atem. Und auch von Einser lief nicht so gut, Zweiern lieben, gut, Stückzahlen wissen wir ja alle nicht. Aber gefühlt, sage ich jetzt einfach mal, aber Apple hat auch bei sowas einen Atem, das durchzuziehen. Bei anderen Herstellern, die ändern immer das Design, komplett neu und dann neues Betriebssystem. Und dann wird das gemacht, wo ich sage, okay, gut, die haben sich eigentlich aus dem Markt schon verabschiedet. Also der Einzige, der in dem Markt noch richtig aktiv ist, ist für mich Apple derzeit. Ja, auf jeden Fall bei so Handgelenksgeräten, die alles sein wollen. Fitness-Tracker natürlich, die ja auch da einige Anbieter gibt, klar. Ja, genau, aber die sind auch in der Regel dann nur Fitness-Tracker und denen fehlen diese Smartwatch-Komponenten. Genau, ja, ja. Also da ist wirklich, muss ich sagen, also gut. Und wie gesagt, ich warte auf meine Vierer, ja. Aber ich finde es ganz beruhigend tatsächlich zu hören, dass du keine hast, keine bekommen kannst auch. Weil das immer so ein bisschen der Vorwurf ist, der Apple gegenüber häufiger gemacht wird. Der Vorwurf der künstlichen Verknappung bei Produkten, um so ein bisschen den Hype so ein bisschen zu schüren. Was ich persönlich immer für Quatsch gehalten habe, weil wenn man Produkte auf dem Markt bringt, geht uns ja genauso mit Magazinen. Also ich bin doch froh, wenn Leute den ganzen Kram haben wollen. Und so lange da irgendwie der Kaufwunsch da ist, so viele Menschen abzuspeisen, wie es irgendwie geht. Und so viel mitzunehmen, wie irgendwie geht. Aber es hält sich ja hartnäckig, dass Apple das künstlich verknappt. Aber wenn selbst du, der ja nun an mehreren Quellen quasi sitzt, warten musst, das finde ich recht beruhigend. Ja, ich sage mal, es gibt, ich meine, Apple steuert natürlich die Produktmenge, die im Markt ist, einfach auch um eine Überversorgung zu verhindern und teure Abschreibungen zu machen. Kann ich nachvollziehen, ist eine unternehmerische Entscheidung. Das macht Apple schon seit wirklich ein paar Jahrzehnten so und ist am Ende auch erfolgreich, weil sie selten Produkte groß abwerten müssen und damit irgendwie auch den Wert für den Kunden mindern. Ich meine, wenn irgendwann das iPhone nur noch die Hälfte kostet, so vier Wochen nach Markteinführung, dann macht das als Kunde auch keinen Spaß. Dann fühle ich mich als Kunde auch nicht mehr wohl. Und Apple sorgt wirklich dafür, dass die Preise, Produktbeginn bis Ende des Zyklus, konstant bleiben. Also Preissenkung im Apple-Markt, also selbst in meiner langen Zeit, wie wir vorhin schon hatten, seltenst. Ganz selten. Und dann immer begleitet mit einem großen Aufschrei. Ich meine, war es doch das erste iPhone oder das 3G, was wir nach einem halben Jahr für 100 Euro weniger angeboten haben? Da war ja irgendwie auch mal, also da ist ja auch sofort das, bei keinem Anhändler stört das irgendwen. Also auch wenn ich jetzt irgendwie zum Mediamarkt gehe und für denselben Preis, den ein iPhone kostet, mir irgendwie einen Fernseher kauft. Und der kostet nur drei Tage später in der Regel schon etwas anderes. Das stört niemanden. Aber Apple hat da, glaube ich, also auch weil sie diesen Nimbus ja selbst auch pflegen und versuchen zu erhalten, wo es nur geht, von Preis und Wertstabilität. Ja, das ist einfach, das machen sie seit Jahren, das machen sie auch gut und ich finde es als Verbraucher einfach wirklich auch gut für mich. Die Produkte haben einfach noch einen gewissen Wert nach ihrer Zeit und ich kann ein iPhone, was vier Jahre alt ist, immer noch für einen vernünftigen Wert verkaufen. Das ist ja vermutlich auch angenehm für dich aus Händlersicht, dass man sagen kann, okay, ich kann mir jetzt, solange Apple überhaupt liefert, ich kann mal hier mal ein Regal voll machen mit Apple Watches und habe die Sicherheit, dass Apple nicht in den nächsten zwei Monaten den Preisradikal senkt und ich muss dann mitziehen. Genau, das ist einfach die Sicherheit, die einzige Periode, wo wir ein bisschen ins Schwimmen kommen, wenn so Termine nahen, so neue Ankündigungstermine, dann muss man natürlich ein bisschen vorsichtig im Bestand sein, weil wir bekommen dann auch, wir bekommen zwar irgendwo, wird das dann irgendwo ausgeglichen, aber das ist nicht allzu viel. Ob das für den Kunden attraktiv ist, wissen wir vorher nicht und es ist auch ein Prozess, der sich durchaus über mehrere Wochen hinziehen kann. Ist das denn so, dass das Duda oder der Händler so ein bisschen auf Termine achten muss und kalkulieren muss, was er bestellt oder ist das so, dass Apple das hintenrum, ohne das laut zu sagen, schon so ein bisschen steuert, indem sie sagen, auch hier MacBook Air ist gerade schwierig verfügbar? Beides. Also ich meine, wenn ein Produkt schwierig verfügbar ist, könnte man den Eindruck gewinnen, aha, es gibt was Neues. Aber es ist öfters, wenn das Produkt nicht verfügbar ist und es kommt trotzdem nichts Neues. Aber es ist schon ein Signal dafür, schwere Verfügbarkeit und der Zeitpunkt passt, dass hier was Neues kommt. Ja, ja. Ich meine, jetzt ist natürlich auch in den letzten Jahren, für die großen Produkte, es ist ja relativ gut planbar gewesen, wann welche Neuerungen kommen. Genau. Also bei iPhone ist ja kein Geheimnis, wann das jetzt ist. Also das weiß jeder jedes Jahr und kann sich darauf einstellen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber bei den Macs und so ist es schon deutlich schwieriger. Wo wir sagen, okay, was kommt? Ist das Alte interessant? Ist es nicht mehr interessant? Also da gibt es viele Dinge, die man abwägen muss. Wir haben auch, im Gegensatz zu vielen Meinungen, die draußen herrschen, wir haben auch keine Ahnung, was kommt. Wir lesen genauso die Gerüchte, die es gibt und man liest ja mehr Gerüchte, als dann wirklich passiert. Von daher weiß man nicht, welches Gerüchte stimmt jetzt da. Oder man weiß irgendwo, ja, es wird wohl irgendwas davon stimmen, aber man kann es nicht genauer einschätzen. Okay, das heißt, du kannst mir auch nicht sagen, und unter der Hand quasi, ob es sich lohnt, auf den neuen Mac Mini zu hoffen. Interessantes Produkt, ja. Also ich meine, bei dem kann man schon immer sehr lange hoffen, ja. Ja. Ach, tatsächlich, ich traue dem so ein bisschen nach. Also ich glaube persönlich auch nicht mehr daran, dass da noch eine neue Version von kommt, aber ich traue dem so ein bisschen nach, weil das so mein echter Einstieg in die Apple-Welt war. Ich habe vorher mal mit alten Geräten, so die in der Familie weitergereicht worden sind, hantiert und das erste echte eigene Produkt war 2001 oder Anfang 2002, der erste iPod. Aber so der Mac Mini war mein erster neuer Apple, den ich selbst bei Apple gekauft habe für ein Schweinegeld. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, wenn der jetzt so ganz aus der Tür verschwindet, aber... Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Nee, hätte ich auch nicht erwartet tatsächlich. Ich sage dir jetzt auch nicht, was mein erstes Apple-Produkt war, das wirst du nicht mehr kennen. Kennen würde ich nicht ausschließen, aber vielleicht habe ich es nicht benutzt. Es war ein SE30. Nein, den habe ich nicht benutzt. Reinhard, haben wir noch irgendwas vergessen, dass wir dringend reden müssen? Genau, ich wollte mal sagen, okay, weil wir sehen jetzt doch viel über Apple und wichtig ist mir nochmal auch rüberzubringen, dass wir hatten jetzt quasi nochmal eine große Veranstaltung Ende September mit unseren Partnern, die Ignition, die 27. Ignition. Das heißt, hier haben wir uns in Fulda in einem Hotel getroffen mit Herstellern, 40 Aussteller. Unsere Partner waren größtenteils anwesend. Hier haben wir verschiedene Gruppen im Systemhausbereich, wir haben die APRs, wir treffen uns mit den Geschäftsführern und versuchen zu hören von unseren Partnern, was wünschen sie, was sollen wir für Dienstleistungen ihnen anbieten, was ist nachgefragt. Und das ist immer ein reger Erfahrungsaustausch, das ist gut für die Händler, weil sie kriegen mit, was macht der Kollege, habe ich irgendeinen Trend vielleicht sogar verpasst und irgendeiner anderen Stadt hat einer irgendwie eine geniale Idee gehabt und verdient sich eine goldene Nase. Solche Dinge machen wir jährlich, das machen wir Anfang sogar halbjährlich, inzwischen sind wir auf den jährlichen Rhythmus übergegangen, sind ganz große Veranstaltungen und wird immer gern von den Partnern genutzt und auch von den Herstellern, um ihre Produkte dem Partner nahezubringen. Das heißt, eure Händler haben so ein Community-Gefühl, das ist nicht so, dass man sich da, man kommt zusammen und spricht miteinander und versucht nicht nur sich auszustechen, sondern... Wir haben hier eine hohe Quote mit der Teilnahme, wir liegen bei 80 Prozent, kann immer mal einer nicht, weil Urlaub, weil sonst... Na klar, ja. Aber viele klagen ja, dass sie ihre Veranstaltungen nicht voll bekommen, aber wir haben da überhaupt kein Problem damit, die voll zu bekommen und sie wird auch immer von den Herstellern als sehr gut angesehen, wo sie sagen, okay, das macht Spaß, wir sind gerne da und reservieren dann schon fürs nächste Jahr. Das ist natürlich... Besser geht es natürlich nicht, ja, wenn Leute schon quasi beim Rausgehen das Ticket fürs nächste Jahr lösen. Genau. Gut. Die Eglischen ist aber eine reine Händlerveranstaltung, da kann ich als interessierter Privatperson nicht mit auftauchen, ne? Nein, sonst bräuchten wir noch größere Hotels und das geht dann nicht. Na ja. Vielleicht muss man raus aus Fulda dann. Ja, wir sind jetzt nächstes Jahr woanders, ist aber noch nicht fixiert, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Okay, noch nicht fixiert im Sinne von noch nicht gebucht oder einfach nur noch geheim? Noch nicht final gebucht, ja. Ah, okay, gut. Ja, meine Fragen haben sich soweit erschöpft, wir haben noch über Eglischen kurz geredet. Wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast, würde ich mich an der Stelle bedanken für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Interview, hat Spaß gemacht. Mir auch, ja, ja. Ich habe was gelernt, also nicht nur über das neue Verpackungsgesetz, sondern auch so ein bisschen darüber, über wie so der Apple-Handel eigentlich funktioniert, was die Vorteile so sind am CPN an sich, welche Vorteile die dann teilnehmenden Läden, aber auch für mich als Geschäfts- oder Privatkunden bieten und hoffe, dass auch unsere Hörer da mit neuem Wissen jetzt aus diesem Gespräch rausgehen, aber ich glaube, da war für jeden was dabei. Okay, prima. Ich danke dir vielmals, wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Und dann bestimmt bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, ne? Ciao. Das war das Gespräch mit Rainer und Gatzka. Ich hoffe, ihr habt ähnlich viel gelernt wie ich darüber, was der Job, den er da so hat, so alles mit sich bringt. Was an der Stelle nicht unerwähnt bleiben soll und darf, ist auch, dass wir uns bei CPN bedanken, die diese Episode von Steifenquadrat freundlicherweise unterstützen. Wen wir vielleicht nicht mehr länger unterstützen, ist Facebook, weil Facebook hat hier eine Menge Daten verloren. Unter anderem, diesmal tatsächlich auch meine. Der König der Überleitungen. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ja, du bist einer der Betroffenen. Du bist im Club dabei. Ja, ich warte auch täglich. Erzähl, wie ist es? Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich noch schmutziger an, als sowieso schon auf Facebook zu sein, finde ich. Und ja, ich finde das auch insgesamt. Also möchte erst mal jemand erzählen, was passiert ist vielleicht? Ja, wir haben vorhin schon mit Zahlen jongliert. Ich glaube, die stimmen schon gar nicht mehr, die ich da im Kopf hatte. Also Facebook hat wohl für rund 30 Millionen Nutzer Daten über drei Sicherheitslücken. Ich glaube, es waren insgesamt drei, die zu verschiedenen Schwierigkeiten führten, ja, unerlaubt verloren an andere Nutzer, die das abgefischt haben. Und da waren teilweise relativ wichtige Daten dabei, wie Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter und teilweise auch Telefonnummern und solche Späße. 30 Millionen ist meine Zahl, die ich im Kopf habe. Vielleicht ist es inzwischen auch schon mehr, weil auch noch nicht ganz klar war, wie lange diese Sicherheitslücken auch ausgenutzt wurden. Es ist erst aufgefallen, weil im September eine relativ große Attacke auf die Sicherheitslücken stattgefunden hat. Und da hat dann Facebook bemerkt, dass da was nicht stimmt. Es wird sogar geschätzt 50 bis 90 Millionen. Ja, siehste. Wie haben sie die denn verloren? Über eine Funktion, also eine der Fehler war, dass es eine Funktion gibt, bei der du dir ein Profil so angucken kannst. Wie heißt das? Anzeigen als oder so. Genau, Anzeigen als. Du kannst dir anzeigen, wie dein Profil von jemand anderem gesehen werden würde, wenn der auf dein Profil gehen würde. So. Das Problem ist, dass dabei wohl ein Token erstellt wird, also eine Art Passwort. Und damit es wohl dann auch möglich war, dieses Profil so aufzurufen, wie wenn der Besitzer das Profil aufrufen würde. Und damit sind dann natürlich sämtliche Privatsphäre-Einstellungen hinüber. Und ja, man kann all das machen, was der Nutzer auch hätte machen können. Und da kommt auch gar nicht so wenig bei weg von. Also es gibt, also Facebook, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen frech. Facebook weiß, dass ich betroffen bin, informiert mich da aber nicht persönlich drüber. Also weder per Mail noch per Facebook-Nachricht, nicht mal über ihren Messenger oder irgendwie sowas. Ich habe tatsächlich, auf maclife.de habe ich da zuerst davon gelesen, dass es so eine Hilfe-Center-Seite gibt, die wir auch verlinken, wo man sich angucken kann, ob man betroffen ist. Und das hat die schöne Überschrift, ist my Facebook-Account impacted by the security issue? Hat die bei dir rot geleuchtet oder so? Nein. Weil ich fahre da dreimal drauf und dachte, ja und du? Ich hatte keine Lust, mir den ganzen Text durchzulegen. Und ganz unten steht so ein kleiner Kasten. Ja, übrigens, alles gut bei dir. Ja, es sei denn, du bist betroffen. Dann kommt ein großer Kasten. Das ist ein großer hellblauer Kasten, der auch kaum zu erkennen ist, wo sie aber immerhin auflisten, was so alles weggekommen ist. Und das ist gar nicht so wenig, denn... Ist das denn bei jedem gleich oder ist das individuell gestaltet? Das ist wohl individuell. Ein Traum. Können wir noch einen Club aufmachen. Ja, aber einmal um das der Vollständigkeit halber. Dinge, die da so wegkommen, sind das, was sie nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, wie darüber steht, wissen. Name, Mailadresse und die zuletzt hinzugefügtige Telefonnummer. Dann gibt es aber den Punkt darunter. Additionally, the attackers also accessed other account information including. Benutzername, Geburtsdatum, Geschlecht, Geräte, mit denen man Facebook nutzt und die Sprache, die man eingestellt hat. Und dann kommt der Punkt, den ich wirklich spannend finde. Da steht nämlich, if you previously added this specific information to your Facebook account, it was also accessed. Also wenn ich vorher schon mal Informationen eingetragen habe, da unter Umständen jetzt aber keine Informationen mehr drin stehen in den jeweiligen Feldern. Nämlich Beziehungsstatus, Religion, Heimatstadt, aktuelle Stadt, Arbeitsplatz, Ausbildungsinformation und Webseiten, falls ich euch angegeben habe. Was haben die denn nicht gekriegt? Wenig. Also Messenger-Daten tatsächlich wohl nicht. Aber was mich tatsächlich irritiert ist, so eine Nummer wie Relationship Status zum Beispiel oder Religion. Wenn das Felder sind, die jetzt leer sind, wo ich jetzt nichts eingetragen habe, sagt man aber diese Meldung, if you previously added this specific information, dass die offensichtlich da immer noch irgendwo drin sind und auch erreichbar waren für die Menschen, die da irgendwie Angreifer sind. Facebook, die nur ausgeblendet sind. Wird ein Standardhinweis sein, ne? Ich weiß nicht, also so wie die da aktuell auch eine Welle schieben und auch zurecht mit DSGVO und Konsorten, vermutlich auch, da werden Juristen Angst haben, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie mehr drin anzeigen würden als, also ich habe auch andere Leute gefunden online, war nicht so schwer, die auch betroffen sind und die haben teilweise eine andere Auflistung von Punkten. Also ich bin jetzt, also herzliches Beileid, dass du betroffen bist, aber ich bin jetzt im Moment noch nicht so ganz geschockt von den Daten, die bei dir flirten gegangen sind. Ich insofern auch nicht, als dass ich sowieso alle Daten, die ich jemals in Facebook reinkippte, als öffentlich betrachte. So, weil mir ist klar, die werden irgendwie wegkommen, alle verlieren ständig irgendwelche Informationen und Facebook ist dafür prädestiniert, weil die mit den Daten ja auch irgendwie handeln. Was ich tatsächlich schon mal, dann, das geht auch noch weiter, das ist ja nicht alles, was, sind noch drei andere Sachen verloren gegangen. People or Pages you follow on Facebook. Okay, geschenkt, das ist bei mir ohnehin öffentlich. Dann gibt es noch the ten most recent locations you've checked into or been tagged in, also wo mich andere Leute verortet haben. Kann interessant sein, jetzt ist mein Lebenswandel nicht so unfassbar aufregend. Und das kommt, wenn überhaupt, ich nutze dieses Feature überhaupt gar nicht, andere nutzen das, vertecken mich in irgendwelchen Fotos. Das sind in der Regel dann irgendwelche Kneipen, Restaurants, Sportcenter, Aktivitätsdingsis und nicht irgendwie, keine Ahnung, Bordelle oder so, wo es interessant werden würde vielleicht auch. Und dann gibt es noch den Punkt, the 15 most recent searches you've entered into the Facebook search bar. Das kann, denke ich, für Menschen unangenehm werden. Ich habe da jetzt auch keine größere Sorge, aber je nachdem, was man da so sucht und keine Ahnung. Naja, man kann schon ein kleines persönlicher Keitsprofil von dir zusammenstellen, das vielleicht relevant sein könnte für irgendeine Kreditvergabe oder sonst was. Ja, oder auch abressbar macht unter Umständen. Also wenn du, ja, also es gab ja diesen Skandal vor ein paar Jahren, wo, war es ein Werbeblogger, der irgendwie alle Webseiten mitgetrackt hat und da hat ein Team vom NDR dann auch mal jemanden an diese Daten gesetzt und der hat dann wohl auch einen Richter gefunden, der sexuell ein paar, ja, nicht ganz gewöhnliche Neigungen hatte und mit diesen Daten aus dem Werbeblogger wäre der definitiv erpressbar gewesen. So, und das hat man nur anhand der Seiten, die er aufgerufen hat, herausfinden können. Dann, was der Mann beruflich macht, weil er nämlich sein persönliches Facebook-Profil aufgerufen hat, also wer er ist, weil er nämlich sein persönliches Beruf, sein Profil aufgerufen hat, dann als er die entsprechenden Seiten aufgerufen hat, die nicht unbedingt jeder sehen muss und als er dann eine neue Richterrobe noch bestellt hat über eine Webseite, sind die Leute drauf gekommen, oh, vielleicht ist das ein Kandidat, den wir mal interessanterweise ein bisschen mehr durchleuchten. Richteroben24.de Genau. Weiß nicht, ob es die Seite gibt, aber wenn nicht, die Folge hat gesagt, spätestens jetzt wird sie eröffnet. Das checken wir, bevor wir die Folge online stellen. Das heißt, auch so eigentlich unwichtige Daten, wie welche Webseite ich aufgerufen habe, können in der Kombination schon nicht so prickelnd sein. Genau, ja. Da ist die Gefahr eigentlich, die daherkommt. Was ich darüber hinaus unsexy fand, ist der Punkt, dass es wohl auch durchaus möglich war für eine gewisse Zeit, diese Tokens, die da genutzt werden, so weit auszunutzen, dass ich mich über dieses fremde Facebook-Profil auch bei anderen Diensten einloggen kann. Also es gibt ja viele Menschen, die Facebook als Login-Authentifizierungsdienst für andere Plattformen nutzen. Und dann wird es wirklich, wirklich eklig, wenn dann jemand über diesen Bug in Facebook auf einmal auch Zugriff hat auf mein Spotify-Konto, auf mein Tinder-Konto, auf GitHub, was auch immer das so alles Lustiges geben mag, wo man Facebook sich mit einloggt. Das persönlich macht mich jetzt nur nicht betroffen, weil ich das schon noch nie gemacht habe. Ich habe immer und überall eigenständige Logins mit meiner Mail-Adresse drin. Aber das fand ich auch wirklich nicht angenehm, also die Vorstellung davon. Also eigentlich müsste man jetzt mal, wer auf diese Seite guckt und auch feststellt, dass er betroffen ist, müsste eigentlich mal in Facebook, ich weiß nicht mal, wo man das findet, ehrlich gesagt, aber vermutlich wird auch Facebook irgendwo eine Seite haben in den Einstellungen, wo man nachgucken kann, welche Dienste man damit verdüngelt hat. Und eigentlich müsste man die alle mal kontrollieren jetzt. Alle löschen. Ja, oder vielleicht auch das. Du kannst ja diese Programmierschnittstelle abstellen. Zum Beispiel. Das würde ich auch empfehlen, schon nach der Cambridge Analytica-Geschichte. Habe ich das schon gemacht und dann ist relativ Schicht im Schacht. Und generell kann man einfach empfehlen, diese Facebook-Anmeldung bei anderen Diensten mit Vorsicht zu genießen, ob man das machen möchte. Also es ist immer noch sicherer. Es ist natürlich herrlich gemütlich. Ja, natürlich ist es einfach und einfach ist immer das Problem bei IT-Sicherheit. Es ist sicherer, für jeden Dienst ein eigenes Benutzerhaber und ein eigenes Passwort festzulegen. Aber wer macht das? In diesem Zusammenhang kann ich vielleicht eine Browser-Erweiterung empfehlen, die immerhin für den Chrome-Browser existiert. Vielleicht hat der es ja auch am nötigsten. Und diese Erweiterung geht ganz gezielt darauf ein, dass es ja so wahnsinnig angenehm und gemütlich ist, mit Google, Facebook oder hier und da auch mit einem Twitter-Account sich in Webseiten einzuloggen. Und der arbeitet so, wenn ich mich recht erinnere, ist übrigens erwähnt, sollte erwähnt werden, ist entwickelt von Forschern aus Venedig und Wien, von den Universitäten da. Also nicht irgendjemand, der auch nur die Daten abgreifen will, hoffe ich. Also meldet man sich zum Beispiel mit Facebook bei einer Webseite an, antwortet der Dienst mit einem Code, den diese Erweiterung WPSE, heißt die nochmal, ersetzt, bevor er bei der Webseite landet. Und der echte Code wird also nur in der Kommunikation mit Google bzw. Facebook verwendet. Das Dumme ist nur, die Chrome-Erweiterung muss so ein bisschen, da muss man ein bisschen frickeln, die ist nicht im Chrome Webstore. Da können wir vielleicht auch nochmal die Webadresse in die Notes below schreiben. Die sorgt so ein bisschen für Sicherheit bei diesen Aktionen, wo man sich mit dem Facebook-Button bzw. Google- oder Twitter-Button in irgendeine Webseite einwählt. Fühlt sich schon gut. WPSE. WPSE. Top. Dann ist Facebook noch was passiert, bzw. es ist denen gar nicht passiert, das machen die mit voller Absicht. Das ist jetzt aber rausgekommen über eine Recherche von, ich glaube, initial waren es die Kollegen von Gizmodo. Und denen ist aufgefallen, man kann ja Facebook seine Mobilnummer auf zwei Wege geben, entweder als Teil des Profils oder als Sicherheitsfeature, um dann über die Two-Factor-Authentification sein Account besser abzusichern. Weil man eine SMS bekommt auf das Telefon, wenn man sich anmelden möchte, die man zusätzlich zum Passwort noch angeben muss, richtig? Exakt, ja. Und das erhöht die Sicherheit insofern, dass selbst wenn jemand jetzt deinen Benutzernamen und dein Passwort kennt, nicht reinkommt, solange er nicht dein Telefon auch hat. Ja, das ärgerliche ist, also ich nutze das auch tatsächlich, das ärgerliche ist, das hat mir bei diesem anderen Facebook-Hack, von dem ich gerade erzählt habe, gar nicht geholfen, weil das System in sich so kaputt war, dass es da mein Passwort völlig egal für war. Was das Doofe dabei ist, ich habe Facebook meine Nummer nie gegeben als Teil meines Profils, sondern nur in dem Rahmen des Sicherheitsfeatures. Trotzdem kann darauf getrackt werden. Und zwar, wenn ich als Werbetreibender, wenn ein Werbetreibender meine Rufnummer schon hat, weil ich die mal, ich habe auf Rechnung irgendwo gestellt, habe diese Nummer angegeben, kann der mich über diese Nummer in Facebook tracken und als Werbeziel definieren. Was ich extrem unsexy finde, weil das erstens möchte ich das nicht und zweitens steht das auch nirgends. Also ich behaupte, ich habe das noch nicht gefunden, dass es irgendwo steht, habe den Teil ehrlich gesagt vor zwei Tagen erst gelesen und habe noch nicht so unfassbar viel Zeit darauf verwendet, aber ich glaube, wenn das tatsächlich in den AGBs nicht stattfindet und sonst kein Hinweis darauf steht, wäre das auch nochmal so ein Thema, wo man sich basierend auf DSGVO-Regularien durchaus mal an die lokale Datenschutzbehörde wenden könnte. Ich versuche das rauszufinden. Wenn jemand anderes Zeit und Lust dafür hat, bin ich auch dankbar, wenn ihr euch kurz bei mir meldet, entweder per Mail s.shack, s-c-h-a-c-h-at-m-e-c-l-e, auf Twitter at iShack-i-s-c-h-a-c-h-a-c-k. Vielleicht kann man sich dann mal so austauschen und vielleicht finden wir da gemeinsam irgendwas, was da zusteht oder halt nicht zusteht. einen Juristen hätte ich an der Hand für weitere Schritte das ist der, der mich damals auch schon gegen Rihanna verteidigt hat die Story musst du dir noch erzählen ach in aller Kürze Post Post eines Anwaltes für Universal Music MP3 Tauschbörsendaten schissenet und das war ich aber definitiv von mehreren Ecken nicht und keine sechs Jahre später war der Prozess auch beendet und Rihanna persönlich ne, aber immerhin Universal musste meine Anwaltskosten zahlen da geht inzwischen durch ziemlich der Arsch aufgrund, als auf Deutsch gesagt, weil man Post ins Haus bekommt, wo die 50.000 Euro fordern und dann antwortet man auf Anrat eines Anwalts erstmal drei Monate nicht und dann geht das runter auf 10.000 Euro und bis zur Verhandlung verkürzen die auf 5.000 Euro und bieten dann während der Verhandlung auch 1.000 Euro an und dann gab es eine Verhandlungsunterbrechung weil ich so, okay, da müssen wir drüber reden, so 1.000 Euro nach sechs Jahren und es könnte endlich alles vorbei sein vielleicht wäre ich da schwach in dem Wissen, dass ich mich keine Schuld trifft, aber einfach mal der ganze Scheiß zu Ende ist und da hat mein Anwalt mir das verboten, das anzunehmen gute Anwalt die haben wir jetzt sowieso schon keine Chance mehr und wir ziehen das jetzt durch und hättest du noch zwei Jahre gewartet, hättest du vielleicht Geld gekriegt Ja, 50.000 Euro obendrauf Als Schmerzensgeld das Album anhören zu müssen oder so Ja, ich weiß noch gar nicht, ob man das, also ich wehne einfach keine Namen sich herzhalber aber ich hatte hier das große Glück vom Amtsgericht in Kiel Amtsgericht? Ja, Amtsgericht in Kiel auch eine wirklich sehr kompetente junge Anwältin zu haben die jetzt irgendwie in der Thematik auch so ein bisschen drin war und fiese Fragen gestellt hat gegenüber dem klagenden Anwalt Ich glaube, das hilft, wenn die Richterin schon mal weiß, wer Rihanna ist Ja, und die auch nicht mag Gegen wen geht das hier? Nein, die war auch relativ pissig zwischendurch und hat dann auch dem Anwalt der da also offensichtlich war, wurde das die nicht gewohnt sind, dass jemand Kontra gibt, sondern die scheinen gewohnt zu sein, dass Menschen das dann einfach zahlen damit Ruhe ist Spätestens wenn sie halt mit dem Betrag oft dann noch einmal ein Zehntel des ursprünglich geforderten Betrages runtergehen, das scheint die Strategie auch zu sein Ja, das ist ja durchaus die Masche Ja, aber entsprechend wirr war der ganze Prozess auch das ist mir auch hintererst klar geworden wenn man es schon ein bisschen aufkriegt zum ersten Mal ist angeklagt da irgendwo das ist schon nicht cool aber dass ich dass ich das Ding gewinnen könnte war nach einer Viertelstunde klar als die Richterin den gegnerischen Anwalt zum ersten Mal fragt, ob er sich auf irgendwas vorbereitet hätte Das war ziemlich cool Ah, schön Und zwischendurch es ging wie gesagt MP3-Tauschbörsen-Krams und ich musste vorher ein Statement abgeben zu meiner technischen Bewandertheit und habe natürlich auch nicht gelogen ich verstehe doch schon alles, wie das funktioniert und ich habe auch ich habe früher bei der Firma in Kiel WLANs und VPN-Netze und sowas gebaut und habe auch da gesagt, dass ich auch die technischen Vorkenntnisse durchaus habe und verstehe, was man da so tun kann was man nicht tun kann und dann ging es darum, dass das der gegnerische Anwalt erklärt hat was was eigentlich der der Vorwurf so ist und noch bevor irgendein Zeuge gehört werden konnte den die ich vor die ich da gelistet hatte fragte die Richterin dann den klagenden Anwalt aber wenn der Herr Schack jetzt also paraphrasiert technisch bewandt ist bewandert ist dann besteht auch die Chance dass da in dem Freundeskreis mehrere Menschen so drauf sind können sie dann hier eigentlich überhaupt belegen dass da nicht dass die unter so einem VPN auch untereinander Daten austauschen und wenn so ein VPN besteht zwischen zwei Privatpersonen dann könnte ja auch eine andere Person über den Anschluss von Herrn Schack ohne in der Wohnung zu sein Donnerwetter das fand ich wirklich wirklich beeindruckend das habe ich so nicht erwartet vor einem Amtsgericht da lernt man noch was dazu ja gut das ist der kurze Aufruf dazu also du kriegst auch Facebook-Line um das damit dann auf jeden Fall ich denke das ich denke das wir sind gespannt und werden den Prozess medial ich werde erst nochmal Mark Zuckerberg im friedlichen Essen nochmal eine Mail schicken sicherheitshalber gut ich schreibe Tim und du Mark ja so machen wir das und Rihanna darf jederzeit auf dem Anrufbeantworter anrufen und ein bisschen aus ihrer Sicht der Dinge das war ganz anders Facebook immer noch Facebook das Thema wenn du möchtest wir würden sonst quasi zu einem Tochterkonzert also Herr Schack und ich haben uns im Büro gerollt und aufeinander eingeschlagen heute morgen nein ganz so schlimm war es nicht weil wir über Facebook Portal geredet haben also diese dieses ja das Smart-Lautsprechersystem das Facebook nun veröffentlicht hat und ich glaube du Sebastian siehst ein das das krachende Fiasmo auf Facebook zukommen du möchtest nicht wieder als der alte komische Mann da stehen der auch schon Alexa nicht haben will und der Siri auch schon nicht so richtig technisch findet also hier Sprachgestellte und Computer und so nein das möchte ich nicht also alt bin ich schon mal naja ok das lasse ich so stehen auch das ich möchte das nicht ich möchte keine Facebook-Kamera in irgendeinem meiner Zimmer haben und ich finde ja da ist so eine lustige Plastikklappe dran mit der man die Kamera abdecken kann nein also du kannst die Kamera sogar so disconnecten so habe ich das verstanden dass sie physisch disconnected ist ok tut mein Punkt kein Abbruch der nämlich folgend ist dass es mir dann wieder zu unkomfortabel ist wenn ich ohnehin dann erst wieder aufstehen muss und das ganze Zimmer taber und die Kamera wieder entweder andocke oder gut aber du kannst Facebook jetzt nicht für deine Faulheit irgendwie zur Rechenschaft ziehen ne genau aber was ich sagen kann ist ich traue dem Konzern nicht hinreichend dass ich dieses Feature aktiviert lassen würde also erstmal ganz zu Anfang von der Hardware her ist es eigentlich eine tolle Sache wenn wir alle moralischen Bedenken und den Namen Facebook mal ausblenden ist es eine tolle Sache wer es also noch nicht so studiert hat kann sich ruhig mal die Portal-Seite von Facebook angucken da ist einer der besten Webseiten-Effekte drauf die ich je gesehen habe ich lasse mit offenem Mund davor ja wir wollen nichts vorwegnehmen macht das aber nicht mobil weil da ist der Effekt nicht genau auf dem iPad funktioniert das nicht also macht das mit einem richtigen guten alten Rechner und einem richtigen Browser und dann kommt dieser Effekt also es ist nicht nur ein Smart-Lautsprecher der antworten kann und vielleicht genauso wie Amazon und Google das jetzt auch veröffentlicht haben einen kleinen Bildschirm drin haben es ist ja auch Alexa an Bord es ist Alexa an Bord und außerdem es ist eine ARKI unterstützte Kamera drin die das hört sich jetzt böse an besonders im Zusammenhang mit Facebook einen Menschen im Raum verfolgen kann es ist so gemeint dass man nun egal wo man im Raum steht immer die optimalen Einstellungen hat die Kamera folgt einem durch diesen Raum man kann sich bewegen das ist natürlich ein Traum meinetwegen für Leute die irgendwelche Sportkurse geben oder sonst was die einfach nur Videotelefonie betreiben möchten ohne immer irgendwie blöd auf dem Sofa rumzusitzen und ich habe mich schon lange gefragt warum eigentlich diese Videotelefonie sich nie richtig irgendwie kommt die nicht in die Patte obwohl ohne Zweifel dass Millionen und Milliarden Nutzer anwenden aber irgendwie auch 15 Jahre nach Skype Start ist es irgendwie noch so eine Randsache die man vielleicht mal benutzt wenn man irgendwo unterwegs ist und mal wieder zu Hause die Freunde oder das Kind sehen will aber bisher ist es doch so dass das eine unangenehme Sache ist weil man immer vom Smartphone gezwungen wird an einem langen Arm wenn man dann halt nicht so einen Stick hat an einem langen Arm ziemlich blöd diese Kamera vor die eigene Nase zu halten und außerdem ist es dann immer hübsch verwackelt irgendwie und Facebook versucht jetzt tatsächlich dieses Thema Videotelefonie so verstehe ich das jedenfalls ist die primäre Anwendung bisher dafür für dieses Facebook Portal so ein bisschen mehr zu etablieren durch eine Hardware die wirklich schlau genug und weit genug ist um das wirklich auch mal attraktiv zu machen soweit die Technik das Problem ist es steht Facebook drauf das ist einfach ein unfassbar ungünstiger Zeitpunkt dafür oder aber hat Facebook einen günstigen Zeitpunkt den letzten zwei Jahren ne vor zwei Jahren würde ich sagen es ist tatsächlich auch verschoben worden und dann kam die Cambridge Analytica Geschichte und dann hat Marc wohl gesagt es ist vielleicht nicht ganz so gut lassen wir noch ein bisschen ruhen ja dann können wir auch noch mal einen schnelleren Prozessor einbauen oder was weiß ich was was mir einfiel als du gerade sagtest dass das irgendwie mit Videotelefon immer noch nicht so verbreitet ist es liegt unter anderem ja auch daran dass es teilweise auch immer noch hakt also wenn wir überlegen die Bandbreite ja die Bandbreite wir versuchen ein Skype Telefon hart durchzuführen und wie hakelig ist das wie oft funktioniert es nicht grauenvoll jetzt hast du in Deutschland der Fall danke das ist die richtige Frage ja richtig genau liegt es nur so und auch FaceTime ist jetzt nicht so dass ich sage wow das ist die App von Apple also auch da habe ich oft genug irgendwelche Abbrüche oder ich ertappe mich immer wieder dabei wenn ich in irgendein Hotel bin und dann Videotelefonie nach Hause mache dass wir mehr darüber reden siehst du mich hörst du mich ganz genau als dass wir irgendwas anderes besprechen das nervt natürlich ein bisschen ja dann greift man lieber zum Hörer und telefoniert einfach so ja schade weil eigentlich jeder Science Fiction Film die Videotelefonie seit ungefähr 50 Jahren vorher sagt ich habe das auch in Interviewsituationen oder so also ich nutze in der Regel wenn ich Telefoninterviews führe nutze ich schon Skype dafür weil es nirgendwo einfacher ist Gespräche mitzuschneiden also ich nicht in Skype direkt ich nutze dafür von die Software heißt Audio Hijack und ich glaube die kommt von Rogue am Möber glaube ich verlinke ich auch nochmal mit drin es gibt da noch eine Alternative ich komme gerade nicht auf den Namen ja es gibt also es gibt auch so ein Skype Recording Ding irgendwie so ich nutze Audio Hijack weil das mit allen Sachen funktioniert auf allem was irgendwie Audio macht kann man automatisch das auch nochmal in eine MP3 MP4 Datei ausleiten inzwischen ich traue mich aber auch wenn ich weiß dass der andere technisch bewandert ist ich schlage dann auch gar nicht mehr Skype vor ehrlich gesagt weil das immer irgendwie irgendwas hakelt irgendwann seinen Nutzernamen vergessen Passwort geht irgendwie nicht mehr also Dinge die immer passieren und habe deswegen tatsächlich zum ersten Mal auch in 15 Jahren sagt er so gibt es Skype Skype Guthaben eingekauft und nutze meinen Skype Client auf dem Mac um Menschen auf dem Festnetz anzurufen ich hatte mal eine ganz verrückte Phase wo ich mich ganz progressiv gefühlt habe da ist gerade mein Festnetztelefon kaputt gegangen vor ein paar Jahren und da hatte ich tatsächlich so ein regelmäßiges Abo bei Skype das beinhaltete eine Festnetznummer es klappte auch Menschen haben angerufen und haben aber immer nach zwei Minuten rumgenölt wie komisch ich mich anhören würde und das ist doof das bringt es nicht ich weiß nicht wird vielleicht nicht mehr passieren aber trotzdem ist Bandbreite in Deutschland ein Riesenproblem und da kommen wir wieder zu Herrn Schacks Lieblingsfrage ist das nur in Deutschland so als Globetrotter Herr Schack ich glaube es ist in Deutschland auch mal gesondertes Problem tatsächlich also wir werden nämlich ja nicht mit alleine sein so die USA ist ja auch nicht mit Bandbreite gesegnet nicht nee also nicht der mittlere Westen ja also Städte wird funktionieren das gehe ich auch fest von aus das ist auch meine Erfahrung ich war jetzt Anfang des Jahres FaceTime in Texas das ist ein geiler Filmtitel Rechte sind angemeldet ihr braucht gar nicht drüber nachdenken aber das müssen ausgenommen werden das gibt hier auch wenn ich hier durch Kiel laufe und ich habe jetzt auch ein Telekom Mobilfunkvertrag ich habe überall LTE und ich habe auch nahezu überall dreistellige Download Downloadgeschwindigkeiten das hatte ich drüben in Chicago war ich im April auch das funktioniert einfach in den USA hat man aber das ist meine bescheidene Erfahrung von dem großen Raum in Chicago in den letzten 15 Jahren dasselbe Phänomen wie hier so wie man die Stadt ganz hinter sich gelassen hat kann man hinterher ausmachen also häufig so ein Ding also ich fahre ja häufig jede Strecke nach Berlin und das ist auch Loch an Loch und hält doch so ein Funknetz dann irgendwie aber es gibt doch das ICE-WLAN ach aber Herr Schack wird doch nicht mit der Bahn nein nein Herr Schack gegen die Bahn das ist das ist ein eigenes Serienformat bei Apple schon angemeldet dann müsst ihr mal Herr Schack fährt Bahn müsst ihr mal eingeben bei den iTunes in der Podcast App da gibt es eine sehr schöne 40-förigige also Herr Schack der hat ja das Problem der steigt in alten Holz in einer Bushaltestelle in den Bus ein und kommt bei der nächsten Haltestelle nicht an das ist eine tolle Sache das ist tatsächlich alles schon passiert tatsächlich das weiß hier noch keiner aber das ist tatsächlich schon passiert also alten Holzstift der außerhalb der mich wohnt hat genau drei Bushaltestellen und ich bin in der ersten eingestiegen und bis zur dritten ist der scheiß Bus liegen geblieben das ist reiner Zufall das ist dein Karma da du es näher an der Refuge als du gedacht hast ja Herr Schack wird Bahn Herr Schack wird nie Bahn da hat Sven völlig recht ich könnte ein Crowdfunding aufmachen wenn da genug Geld zusammenkommt dass ich mal einen Monat lang hier nicht arbeiten muss dann fahre ich einen Monat lang jeden Tag mit der Bahn in Deutschland und nehme einfach mal auf was dabei ist jeden Tag eine Podcast-Folge das würde ich machen da hätte ich Lust für das Interviews in der Bahn das wäre doch was das ist toll also das sollte man der Deutschen Bahn vorschlagen ich mache das hört alle weg die ja jetzt dann mit dem Geschäft wir schneiden das hier aus dem Podcast wieder raus ja genau ich mache mir trotzdem mal eine Notiz Crowdfunding Herr Schack gegen die Bahn das gefällt mir wie heißt der gerade ist das immer noch der Grube der die Bahn da irgendwie vor die Wand fährt ich dachte das ist immer noch Hermedorn nee beide schon lange nicht mehr beide schon lange nicht mehr das ist jetzt irgendeiner so ein relativ blasser ich bin ja noch blasser ich habe jetzt den den Besuchskanz an Rufer geholt und dann war ich das irgendwie ich weiß nicht wer das ist es ist nicht ja okay es ist nicht der Pofalla ich habe gehört der gehörte vor zum iTunes Programmiererteam stimmt das? nee 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 ach ähm genau wir waren noch bei Bandbreiten ich wollte noch irgendwas unfassbar kluges zu sagen was mir jetzt völlig entfallen ist ja mein Schack fährt Bahn damit ich aus dem Konzept ach nein ich weiß es wieder es gibt in den USA unter anderem ja das Podcast Netzwerk Twit basierend auf einem Podcast der ursprünglich mal This Week in Tech war und inzwischen gibt es da ganz viel drumherum die haben irgendwie irgendwie This Week in Google die haben MacBreak Weekly die haben ganz viele Tech Formate die machen das auch als Video Podcasts Videocast die nennen es Netcast ähm und die machen relativ viel über Skype weil die ja Leute dazu holen aus den verschiedensten Bereichen der USA und inzwischen auch der Welt und das klappt bei denen erstaunlich gut also die machen auch Live Broadcasting also man kann alle Sendungen die sie aufnehmen auch live im Stream verfolgen und das klappt wirklich wirklich erstaunlich gut das hakt dann immer dann ähm wenn sie von irgendwelchen Events berichten sei es das von von dem iPhone Event oder jetzt auch von dem ähm nicht Google I.O sondern dieses das Google Pixel Event hat das auch irgendwie einen Namen gehabt ne ne einfach nur so ein Google Media Event das war irgendwie in der Kantine von Google ja äh ich habe ja auch nichts Neues zu vorstellen ja guten Latte gab es dazu es hakt immer dann äh wenn Leute halt vom vom Bildtelefon aus dann irgendwie ich bin hier gerade auf dem Event und irgendwie reinreden was natürlich an mehreren Dingen liegen kann dass entweder ähm das äh netz überlastet ist weil das 84 Journalisten gleichzeitig machen ähm ähm ja wie Silvester ja genau wenn die SMS länger dauert genau neue Jahr oder versuch mal jemand Silvester anzurufen um 0.01 ist das immer noch so immer noch ja also es war früher schlimmer hatte ich den Eindruck letztes Jahr äh dieses Jahr war es einigermaßen okay aber ich habe trotzdem vier Anläufe gebraucht um meine Schwester zu erreichen Grüße ja Grüße die hört das eh nie aber Grüße und seitdem schickst du dir WhatsApp Nachrichten ne ganz genau das war eine Überleitung die Überleitung wäre noch besser wenn du nicht jedes Mal meine Überleitung loben würdest vielleicht mache ich das absichtlich dieses Facebook Gerät da waren wir gerade stehen geblieben ach stimmt das war noch gar nicht durch mit dem Thema ne Entschuldigung genau ähm ich bin ja der Meinung es könnte trotzdem funktionieren es ist immer ein bisschen billig sofort eine Umfrage zu starten die denn da lautet möchten sie eine Facebook Kamera in ihrem Wohnzimmer haben und jeder sagt nein natürlich nicht 97% aber es ist eine doofe Frage irgendwie so ähm das wäre die richtige Frage wie heißt das Gerät noch mal Facebook Portal ein Portal möchten sie ähm ein Portal in ihrem Wohnzimmer nutzen ist weniger populär also ein Portal würde ich wirklich gerne nutzen wie im Spiel ja ja ähm das Ding ist die ähm die Zielgruppe ist unheimlich gut also das gebe ich mal zu bedenken ähm Facebook ist mittlerweile bei 2,2 oder 2,4 Milliarden Anwendern völlig irre oder? völlig irre also rein von der Zahl her der Facebook Messenger wird wurde 2017 für Audio-Telefonate also das was Skype so kann benutzt von oder Facebook verzeichnete 17 Milliarden Audio-Telefonate das sind ja wohl Leute die trotz des Namens Facebook diese Funktion nutzen warum sollte nicht es möglich sein zwischen 1 und 10% dieser Leute so ein Gerät zu verkaufen ich glaube das könnte funktionieren das denke ich auch tatsächlich ja und und selbst wenn nicht ist es für Facebook ja auch kein Beinbruch also ich glaube es war schon richtig mal zu versuchen auch als Hardwarehersteller ein Bein auf die Füße zu kriegen sie haben ja auch diese VR-Brillen aufgekauft zum Beispiel Oculus Rift genau danke so heißt sie mir fielen der Name nämlich gerade nicht ein und ich glaube wenn man wenn man auch auf so viel Barvermögen ja auch sitzt dass man dann tatsächlich auch mal weil sie merken ja auch dass das mit dem sozialen Netzwerk und das funktioniert nicht mehr so richtig es funktioniert nicht mehr so wie früher natürlich sind die Zahlen immer noch großartig aber es schlägt einem deutlich mehr Gegenwind aber guck doch mal die die am meisten installierten Apps weltweit sind Facebook WhatsApp Instagram und Messenger ja ja trotzdem muss man sich ja irgendwie alle Facebook alle gehören sie Mark trotzdem gerade deswegen kann man ja beruhigt ausprobieren ob so eine Hardwarekamera auch funktioniert da ist meine einzige Sorge oder nicht Sorge oder mein Zweifel warum soll ich Sorgen um Facebook haben aber mein Zweifel ist ob die Akzeptanz für Facebook als Hardwarehersteller da ist denn selbst Google beißt sich da so ein bisschen die Zähne aus ne der Erfolg der Chromebooks meinetwegen in den USA ist ja nicht Google geschuldet jedenfalls nicht der Google Hardware sondern dass andere Firmen das lizenzieren ja und den Preis und den Preis ja das verstehe ich bei Google aber auch wirklich nicht weil meines Erachtens ich habe jetzt das neue Pixel Telefon auch nicht in der Hand gehabt aber meines Erachtens machen die mit weitem Abstand die beste Android Hardware was ein Wunder auch natürlich so und trotzdem finden diese Geräte irgendwie also zumindest ist es in meinem Umfeld finden die nicht statt also normale Menschen in meinem Umfeld aber sie finden doch statt gerade deshalb ich kann dir zustimmen ich kenne auch niemanden aber trotzdem finden sie statt in den Medien finden sie statt ich glaube wir haben es sogar in die Tagesschau diesmal geschafft Regelberichte drüber vielleicht ist das mit das Wichtigste für die dass sie stattfinden ja vor allem lösen die ja auch die oder haben schon abgelöst die Nexus Geräte die ja früher mal für Entwickler gedacht waren weil da reines Android drauf lief das Problem bei Android ist ja auch die Mutter aller Probleme bei Android ist ja dass jeder Hersteller nochmal sein eigenes Skin da drüber zieht und seine eigenen Apps installiert und sein eigenes Theme drauf ballert was ja dann auch dazu führt dass es mit den Updates immer so ein bisschen schwierig wird was mit der Mutter aller Probleme ist hat Herr Seehofer aber ein bisschen verbraucht deswegen habe ich das ja benutzt und da ist Google natürlich weil das ist ein nacktes reines Android und deswegen funktioniert es ja auch so gut und wir wissen ja auch wenn ein Hersteller Software und Hardware aus einer Hand entwickelt hat das auch viele Vorteile ich glaube auch Google macht das auch deshalb weil zumindest bei Chromebooks ist es so dass die Generation die auf den Unis diese Dinger gekauft haben weil sie sie entweder oder mitbekommen haben weil sie günstig waren jetzt ein paar Jahre damit gearbeitet haben vielleicht jetzt in den Job wechseln und sagen hey jetzt habe ich doch Kohle warum soll ich nicht mal 1000 Euro für so ein Google Gerät ausgeben und vielleicht funktioniert das auch bei einigen Android Leuten dass sie sagen hey ich habe hier immer dieses chinesische Billigding gehabt warum soll ich jetzt eigentlich nicht mal ein richtig gutes haben und ich möchte gerne meine Apps weiterverwenden und keinen Stress haben kann ich doch mal auf so ein Pixel umsteigen oder? Das ist aber auch gerade bei den Chromebooks wo sie die Strategie ja erfahren mit auch tatsächlich günstigeren Preisen total gute Strategie die letztlich ja auch Adobe und Microsoft auch schon genutzt haben die zwar ihre Software nie billig angeboten haben die ja aber Raubkopien nie ernsthaft verfolgt haben in dem Wissen von lass doch die Schüler und Studenten der Welt sich unsere Software unterladen dann können die das wenigstens und das ist auch völlig klar was nach der Industrie verwendet wird weil wenn du dann halt aus den Schulen und Universitäten Abgänge hast die alle Adobe Software nutzen können die alle alles auf Microsoft gemacht haben dann brauchst du halt nicht ankommen ich habe hier aber für dich Linux und Gimp die Strategie ist so clever dass man die Leute auch mit niedrigschwelligen Preisen daran bekommt Chromebooks zu nutzen es kann ja nicht so schlecht laufen wenn man mittlerweile die dritte Pixel Generation hat also wenn sie nur voll mit jeder Generation gegen die Wand fahren dann würden sie es sicherlich mal überlegen nein also die werden schon genug verkaufen aber was mich halt verwundert ist gerade weil die ja wirklich gute Geräte bauen meines Erachtens auch deutlich bessere Geräte bauen rein von der Hardware von der Hardware von der Verarbeitung her als Samsung das tut mit ähnlich teuren Geräten diese Samsung Dinger sehe ich überall und ich habe so draußen in dieser Welt finden die Google Pixel Geräte zumindest in meiner Erfahrung eigentlich nur Plakaten statt wenn überhaupt also ich finde das irritierend ja irgendwie schon da liegen aber halt auch also Samsung ist ja auch schon viel länger im Smartphone Markt so präsent also ich glaube damit hat es auch zu tun weil wenn oft ja auch in den Medien wenn du das iPhone gegenüber stellst wie nimmst du zuerst du nimmst das Samsung Galaxy inzwischen wandelt sich das ein bisschen das Pixel gerade auch weil das die zweite Generation so eine gute Kamera hatte kommt jetzt immer mehr dazu dass man es auch mit dem Pixel vergleicht was ja auch sinnvoll ist weil es auch eine Preisklasse ist die ähnlich liegt aber das kommt halt jetzt erst langsam ich glaube es muss sich auch ein bisschen was wandeln bis das passiert bei der Telekom sehe ich seit der zweiten Pixel Generation das Ding auch zum ersten Mal ja als Werbung großflächig auch für Mobilfunkverträge und so weiter es ist total schwer weil der Markt eher rückläufig ist und weil der Markt relativ vergeben ist die Chancen sind groß dass wenn jemand ein iPhone hat der sich als nächstes wieder ein iPhone kauft wenn jemand ein Samsung hat auch bei Samsung bleibt deswegen ja da würde ich gerne mal einhaken weil das war die Frage die ich vorhin nicht formuliert bekommen habe ist das so weil der Wechsel von einem Samsung Android Gerät zum iPhone oder umgekehrt ist unfassbar schwierig du brauchst einen neuen Account du musst den ganzen Kontakte für Kalender gedöhnt du musst irgendwie überlegen wie kriege ich eigentlich meine ganzen iMessage Chats irgendwie nochmal gesichert dass ich die zumindest mal dass ich weiterhin habe du musst deine ganzen Fotos aus der iCloud die Apps neu kaufen du musst teilweise Apps neu kaufen aber wenn ich von von einem Android Telefon von Samsung zu einem Google Pixel wechsle sollte es so hindurchend einfach sein weil das irgendwie an meinem Google Account hängt alles das ist relativ einfach du rufst den Play Store auf guckst dir deine Apps an und bekommst angeboten ob du die auch wieder installieren willst das ist relativ einfach aber ich glaube da ist eine gewisse Markengebundenheit da jedenfalls bei so teureren Geräten wie Samsung und so weiter wenn du natürlich irgendwie 0815 China Kram oder was weiß ich Medion oder so hast dann ist es hier glaube ich relativ Latte oder du warst dir aber auch schon immer Latte was drauf steht ja aber dann ist das Google Pixel wieder zu teuer glaube ich ja eben dann bist du eh nicht die Zielgruppe kann ja egal aber ich glaube halt auch wie du ja sagst Google ist ja dran seit drei Generationen ich glaube die sehen ja auch dass da mindestens aufgleich wenn nicht sogar ein aufsteigender Trend irgendwie vorhanden ist bei den Pixelverkäufen und ich glaube wenn die lange noch durchhalten und sich das auch bei den Leuten mehr manifestiert im Kopf du das ist ja auch ein Hardwarehersteller und die bauen gute Smartphones ich glaube dann kann das auch funktionieren und gerade mit der Kamera sehen wir ja dass es auch wirklich funktioniert und wenn man immer wieder das Referenzgerät eben herangezogen wird ist das ja auch nicht so schlecht ne spätestens irgendwann denken die Leute dann drüber nach wenn es immer mit der mit der tollen Kamera von dem an den verglichen wird warum kaufe ich das dann nicht mal so sind wir aber voll abgedriftet ne ja ein bisschen ja aber das macht ja nichts wir driften jetzt aber zurück zum nächsten Thema mit der spannenden Frage das kann ja auch funktionieren funktionieren die Macs noch? na das können wir auch machen jetzt habe ich dir einmal die Überleitung weggenommen ne dann machen wir erst das Macs Thema denn wir haben tatsächlich der Kollege Andreas Donath hat auf MacLive da eher ein Ticket darüber geschrieben dass 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 Apple nicht mehr so richtig viel Glück hat mit den Macs und dass da die Leute auch irgendwie weglaufen und die Verkaufszahlen einbrechend war dass Analysten bisher herbeifabulieren es gibt ja noch keine Quartalszahlen von Apple für das laufende Quartal ähm der Artikel an sich ist gar nicht so aufsehenerregend fand ich aber hat dafür zugeführt dass unfassbar viele Menschen darunter kommentiert haben und eigene Bücher darunter verfasst haben ja also Kommentare die mehrere hundert Wörter haben also trifft das einen Nerv das trifft ganz offensichtlich einen Nerv ja und ich weiß nicht ist das hier irgendwer so dramatisch weil ich weiß nicht ich habe ja so ein MacBook Pro von von 2017 ähm 17 es gab MacBook Pros dieses Jahr neu ja es gab dieses Jahr kein iMac bisher und Mac Mini reden wir nicht drüber weil der ja sowieso nur jeden vierten Karfreitag angefasst wird äh sagen wir es mal so es verwundert mich nicht besonders dass es jetzt passiert äh weil wer eigentlich gar nicht auf ein Produkt hinweist der muss einfach damit leben dass das Produkt weniger gekauft wird könnt ihr euch noch ähm an Apple Events erinnern denen man entgegen gefiebert hat weil man gespannt war wie der neue iMac wohl aussehen würde das war super Werbung äh ja der Mac findet der noch irgendwo statt ähm außerhalb des Mac Universums also ich mich hat es auch nicht verwundert ganz klar weil irgendwie ja nun auch wie Sebastian gerade schon gesagt hat viele Produkte gar nicht mehr abgedatet werden und ich habe ja auch schon als wir über das über die neuen MacBooks gesprochen haben vor drei oder vier Ausgaben habe ich ja auch schon gesagt dass ich mich selber im Portfolio auch bei den Macs nicht mehr wiederfinde also weil mir ist das MacBook Pro zu teuer und eigentlich auch zu überkandidelt was die Hardware betrifft aber ich werde mir keinen Ehr holen weil das hoffnungslos veraltet ist das 12-Zoll MacBook ist mir wiederum zu schwach weil es nur so einen M-Prozessor hat der ohne Lüftung auskommen muss und dazwischen ist nichts mehr für mich also und auch das MacBook Pro ohne Touch Bar haben sie dieses Jahr nicht mehr abgedatet das heißt das ist auch schon veralteter Hardware für einen Preis der dafür schon ziemlich stolz ist also wenn ich mir jetzt wenn ich keinen Dienstrechner hätte und mir privat ein MacBook kaufen müsste ich wüsste keins und ich würde mir gerade auch keins kaufen so und bei den stationären Macs weiß ich auch nicht was ich mir holen soll ein iMac ja aber eigentlich irgendwie Mac Mini überhaupt nichts mehr zu hören und Mac Pro sowieso nicht und der wäre auch viel zu stark und weiß ich nicht du sagtest gerade du würdest dir kein Mac holen würdest du dir kein Mac holen oder kein Rechner ich würde schon gerne beim Mac bleiben ich weiß nicht ob ich auf Windows oder ich würde ich glaube ich würde auf Linux wechseln ach so einer ja so einer nein weil Windows bin ich vor Jahren ganz glücklich entkommen und muss auch nicht mehr zurück mit Linux experimentiere ich immer mal wieder das finde ich nicht schlecht gut es ist durchaus Fricklei und ein bisschen Bastelarbeit wenn man gewisse Dinge machen möchte aber das ist völlig okay weiß ich ja es ist Linux ja also aber ist doch schon interessant dass andere Firmen mit dem Konzept dass Apple jahrelang bei Mac Glück gebracht hat die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf sich haben zum Beispiel Microsoft mit diesen Surface teilen das ist eigentlich eine Klientel das die ansprechen das früher Apple gehört die früher Apple gehört hat genau und jetzt wenn ich so über die IFA stapfe dann ertappe ich mich dabei mal auf diesen Surface Ding und mal so die lassen sich sehr schön anfassen und so die haben eine schöne Haptik darauf achtet Microsoft ja schade eigentlich dass man das so kampflos hergibt so ein bisschen die haben auf anderen auf jeden Fall aufgeholt das war immer so ein Alleinstellungsmerkmal von Apple dass die nicht nur funktionale Software und Hardware haben sondern auch schön verpacken das fing an vor ich weiß nicht 2006 bis 8 als die Ultra Buchs kam meinst du vor allem als Apple mit den Aluminium MacBooks anfing was dann zwei Jahre später alle anderen von Lenovo bis hast du nicht gesehen ähnlich aus den Laptops in Plastik hatten und inzwischen findest du ja auch von allen Herstellern ähnlich hochwertig verpackte Rechner weil das denke ich auch der Marktbereich ist der relativ stabil ist hochpreisige Laptops ist stabiler als diese billige Laptops denke ich die Frage ist aber auch ob irgendjemand also von wie gesagt Pros klar aber die werden auch aktuell bedient die haben dieses Jahr den iMac Pro bekommen die haben den Mac Pro bekommen ja der Mac Pro fehlt noch ist angekommen für nächstes Jahr geschenkt ob aber dem Autonormalverbraucher der Mac überhaupt fehlt also jetzt gar nicht mal so wenn er weg wäre sondern wie alt muss eigentlich ein Mac sein bis ich als normaler Anwender so verzweifelt bin können die endlich mal was Neues rausbringen ich hab so in meinem meine Eltern nutzen gut die nutzen auf primär iPads und da haben sie auch aktuelle aber nutzen einen Mac Mini den wir 2010 mal gekauft haben ich hab ne Freundin die hat auch 2010 mein damals schon zwei Jahre altes Macbook 13 Zoll Macbook mir abgekauft die ist da bis heute glücklich mit ich hab da vor vier Jahren mal SSD eingebaut und das läuft halt und das ist was ich überall so sehe also ich glaube dieses Segment wo gerade bemängelt wird dass es keine neuen Geräte gibt das 12 Zoll Macbook den Macbook Air Nachfolger den Mac Mini da ist auch gar nicht da bedarf es gar nicht so ich fände es auch schön und ich glaube es betrifft nicht nur Apple oder ich meine wenn du so ein Surface hast irgendwie das drei vier Jahre alt ist und ich meine was machen die meisten Leute surfen im Web damit gucken Netflix das ist ja gerade erzählt das ist Facebook das ist Instagram das ist WhatsApp ja genau und das das betrifft alle Hersteller mit so einem Surface von vor drei vier Jahren kannst du das wunderbar machen ich denke auch also ich finde auch also ich persönlich finde es natürlich schade dass das Apple da dieses Jahr auch nichts geliefert hat also zum einen weil es immer Spaß macht sich immer zu befestigen zu beschäftigen weil es auch ehrlich gesagt so ein Heft einfacher macht wenn Apple neue Geräte rausbringt wir hätten hier mehr zu erzählen aber letztlich ich glaube nicht dass da dass da der Druck am Markt so groß ist tatsächlich aber wie gesagt ich finde es halt ein bisschen seltsam dass man dass man ich glaube so veraltete Hardware hat man irgendwie bei Apple noch nicht so lange irgendwie vor sich hingeschoben und auch zu stolzen Preisen also du kannst den Mac Mini ja immer noch kaufen aber für das was der leistet diese Summe aufzurufen finde ich einfach ich finde auch das MacBook Air nach wie vor gut aber es könnte ein paar hundert Euro runtergehen ja definitiv es ist interessant ja im Moment ist es mir einfach für das was es hat viel zu teuer also ich würde deswegen nicht zuschlagen das ist das das MacBook Air ist das einzige was mich enttäuscht also ich finde es ich finde es schwach dass Apple 2018 noch überhaupt irgendein Gerät im Angebot hat was kein Retina Display hat das ist ein das ist ein Wort also wenn es 500 Euro kosten würde okay total aber kostet es nicht es kostet es doppelt mindestens so und das ist einfach was kriege ich in der Windows Welt für 1000 Euro für Rechner so und da kann das er dann halt auch nicht mehr mithalten das ist inzwischen ist das wahr ja also insofern ja und wie gesagt ich fühle mich halt als Otto Normalverbraucher überhaupt nicht mehr im MacBook Markt wieder und das ist halt so ein bisschen schade ich glaube ich glaube ich habe ja noch eine andere Theorie dass eigentlich das iPad die die normale Evolution des Mac ist weil die Intention jedenfalls von Steve Jobs war glaube ich die Hardware so weit wie irgend möglich aus dem Visier zu nehmen möglichst wenig Hardware anzubieten möglichst einfache Benutzung und eigentlich ist das iPad die logische Konsequenz aus der originären Mac-Linie sprich der Würfel der irgendwann zum iMac wurde der iMac wo dann immer noch dieser Monitor drin war und wo man eine Tastatur zu hatte jetzt ist die Tastatur weg man hat nur noch den Monitor vor sich und das ganze nennt sich iPad und das hätte Apple vielleicht auch ganz gerne Hardware-technisch gebe ich dir sofort recht also da sind wir mit dem 10,5 Zoll vom letzten Jahr auch definitiv da angekommen ich habe es ja eine Woche lang ausprobiert für den Artikel wirklich komplett auf den Mac zu verzichten und nur mit dem iPad zu arbeiten nur das Betriebssystem ist es nicht Hardware ist es nicht ist kein Problem ich kann Fotos in einer riesigen Größe damit wunderbar bearbeiten aber die Software ist das Problem und das ist immer noch nicht also das ist die Engstelle und der Flaschen ich glaube es ist auch nicht Apples Problem dass selbst das iMac Pro ach Quatsch das iPad Pro Entschuldigung da verschwimmen die Grenzen ja das iPad Pro dass das jetzt nicht den Bildbearbeiter oder Videoschnittmenschen anspricht ich frage mich ob sie das überhaupt wollen wenn ich mir so anschaue wie stiefmütterlich dieses Jahr bringt Adobe Photoshop aufs iPad ja aber wie stiefmütterlich wie stiefmütterlich sie den professionellen Markt seit Jahren im Prinzip bedienen ich glaube ich weiß gar nicht ob Apple sich da noch so sieht klar würden sie es nie aussprechen und das sind immer Schwüre die sie dann alle vier Jahre zur Keynote machen wie wichtig die Anwender noch sind war Apple jemals in der Vorstellung von Steve Jobs zum Beispiel so eine Profi-Firma war das nicht eher immer eine Consumer-Firma werden wir nie klären können aber das Beispiel mit dem Bild war nur weil das halt einfach eine große Datenmenge ist und das mit der Hardware funktioniert also mag sein dass Apple das nicht als Anwender sieht aber es ist mit der Hardware möglich das Problem ist das Betriebssystem für mich also ich mag so iOS sowieso nicht so besonders ich möchte nicht täglich damit arbeiten muss ich ganz ehrlich sagen das kann ich mir herzlich wenig vorstellen nicht mal in meinem Beruf wo ich eigentlich Texte schreibe hey was mache ich ich mache ja keinen Videoschnitt die Bildbearbeitung überlasse ich auch dem Sven Müller ja aber trotzdem möchte ich nicht damit arbeiten fürs iPhone finde ich völlig okay iOS aber beim iPad möchte ich auch nicht damit arbeiten also schon wieder sind wir bei Google die das Tablet ja gekillt haben für den Android Markt da haben sie ein Computer Betriebssystem draufgekriegt naja so eine Mischung aus Computer Betriebssystem Cloud Betriebssystem und Smartphone Betriebssystem aber sie haben Android da weggefegt ja genau es gibt kein kein sie haben ja selbst sogar gesagt Android funktioniert auf dem Tablet nicht nö das haben sie auch nie besonders gepusht nö deshalb gibt es immer so viele großskalierte Smartphone Programme ja so bevor ich jetzt zum dritten Mal mit einer grandiose Überleitung scheitere wie machen wir jetzt mit welchem Thema machen wir weiter wollen wir abstimmen ich würde nochmal kurz irgendwas was nicht mehr so lange dauert ja und zwar das ist glaube ich ein ganz kurzes Thema Whatsapp ja Punkt habe ich das auf der Themenübersicht übersehen wahrscheinlich Whatsapp möchte im nächsten Jahr gab es eine zweite Seite ja verdammt Whatsapp möchte im nächsten Jahr immer noch kein Geld haben also die haben ja schon mal Geld verlangt für ich glaube ein Euro oder sowas einmalig wollen jetzt aber Werbung schalten ich halte das für eine mittelschwere Katastrophe weil zum einen möchte ich keine Werbung in meinen Nachrichten also in meinen Konversationen haben zum anderen ohne jetzt zu wissen was die konkret tun wollen die wollen ja aber Werbung in die Chats einbinden das bedingt für mich dass sie ihre vor zwei Jahren zweieinhalb Jahren mit großen Tumtum eingeführte Verschlüsselung für Chats wieder knicken können weil wenn das kontextbasiert sein muss und nur so funktioniert Werbung ja dieser Zeiten noch müssen die ja wissen worüber ich da mit Menschen kommuniziere ich möchte das nicht und wenn das kommt mache ich Whatsapp aus wie geil ich schreibe Thomas auf Whatsapp der kein Whatsapp hat bringst du mir Bananen mit und dann kommt Werbung für Bananen wie geil das ist ja so als würde jemand mit so einem Plakat durch deine Wohnung laufen ja schon lustig innerhalb der Chats also Facebook Messenger hat glaube ich auch Werbung ich benutze diesen Facebook Messenger Lite liebe Leute da ist nämlich keine Werbung drin das hat Facebook bisher vergessen hoffentlich kommen sie jetzt nicht drauf raus schneiden ich verlinke das nicht übrigens sehr sehr gute Applikation für Leute denen der Messenger zu großes Messenger Lite ist wirklich eine tolle Sache wie dem auch immer sei innerhalb der Chats bin ich auch gewagt ansonsten halte ich das für eine Aufregung die viele Leute nicht teilen würden ich glaube die Leute regen sich über Werbung im Fernsehen auf und gucken dann weiter brav RTL 2 das ist aufregend tut sich jeder innerhalb der Chats stimme ich euch zu das wusste ich bisher nicht das ist natürlich grenzwertig ich finde es unfassbar schade dass wir nicht einfach Geld nehmen also Whatsapp ist so etabliert inzwischen wenn die jetzt anfangen würden und sagen hier das Whatsapp Jahresabo kostet 99 Cent bei ihren 1, was Milliarden Nutzern so lass das davon mal 3 Viertel bezahlen lass ruhig ein Viertel die dann sagen ach das möchte ich nicht dann gehe ich halt weg aber dann bleibt irgendwie eine Milliarde Leute über machst du eine Milliarde im Jahr damit hast du hier einen Euro jetzt und ab dafür das habe ich selbst bei Facebook schon häufig gedacht ich fand den Vorwurf einer oder den Vorwurf das verschwindet schon wieder die Grenzen den Vorschlag eines Abo basierten Facebook für Leute die das wollen gar nicht mal so übel Facebook will das wohl nicht wahrscheinlich macht man mit Werbung noch ein bisschen mehr Geld ja das aber das finde ich wirklich schade weil die Frage ist wo ist die Schmerzgrenze auf Whatsapp also ich meine Menschen die wirklich viel Whatsapp nutzen die zahlen auch 2, 5, 10 Euro im Jahr dafür ohne mit was zu zucken ich habe inzwischen auch seit die Verschlüsselung eingeführt haben nutze ich das ja auch im Freundeskreis weil ich konnte ja bisher so eine gute Handvoll von Menschen nicht bekehren die haben auch kein iPhone deswegen muss ich mit denen irgendwie anders kommunizieren aber befreundet bist du noch mit denen bekannt was will ich gerade sagen genau seitdem nutze ich die Whatsapp und das ist auch gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Messagern ist es auch auf dem Mac nutzbar also zumindest über dann diese Web App Funktion die in andere Apps da irgendwie reingezogen wird und so das funktioniert halt und das war für mich auch mal ein großes großes Manko bei vielen anderen Messagern dass ich halt nicht auf dem Mac vernünftig tippen kann wenn ich mal längere Nachricht habe oder wenn ich sowieso an meinem Mac sitze von daher ich bin nach wie vor kein Whatsapp Fan aber ich finde es auch nicht mehr scheiße ich nutze es bin da indifferent und nutze es aber weil es viele Vorteile mir bietet aber ich wäre tatsächlich weg mit Werbung so hänge ich auch nicht dran und würde auch mit zwei lachenden Augen da 10 Euro mehr für zahlen ja total Euro im Monat wäre okay 1 Euro im Monat ja so 99 Cent im Monat also warum denn nicht merkst du auch gar nicht ja gut soviel zum Thema findet glaube ich keiner toll wir müssen mal gucken was da kommt angeblich ist ja wohl auch der letzte Whatsapp Gründer unter anderem im Streit über diese Werbegeschichte gegangen bei Facebook also weil weil man sich nicht einig war wie Werbung auszusehen hat und kann und so ja mal gucken gut ich habe hier noch so ein Thema auf der Liste zu dem ich ehrlich gesagt gar nichts weiß hier steht Apple und Sex yeah endlich dieser Podcast und zu dem Thema ist keine Überwachung zu allem fällt dir ein da spreche ich aber nur für Sie Herr Schack Thomas und ich stehen da mit in der Liste in welcher jetzt in der Themenliste dass das Apple und Sex unser Thema ist tatsächlich ja Thomas nehmen wir ein Zimmer du möchtest doch nur dass wir die Klickzahlen dieses Podcasts endlich mal nach oben tragen wir machen es jetzt nicht besser was auch immer wir sagen eigentlich wollte ich nur kurz über Apple und seinen neuen Streaming Dienst sprechen der wahrscheinlich erscheint wird genau Apple hat es ja noch nicht bestätigt ich sag mal so sie produzieren Unmenge an Content der muss irgendwo laufen der dann aber wieder von Tim nicht gut geheißen wird weil da hat dann jemand das böse F-Wort gesagt oder ja und hat unnötigen Sex da muss Tim finde ich mal definieren was nötiger Sex ist also Apple hat ja auch im App Store sehr harte Bestimmungen was harte Bestimmungen was man jetzt auch sagt bei diesem Thema ich hab vor allem eine passende Spam-Mail gleich noch dazu also da kriegen wir eine Überleitung hin also Gewalt ist nicht so gerne gesehen und alles was so in Erotiksektor abdriftet genau und vulgäre Sprache genau und da hat der Dr. Dre der glaube ich alle diese Faktoren vollends erfüllt der hat irgendwie sein Leben verfilmen wollen wer auch immer das für interessant hält und da hat wohl Tim so eine Folge geguckt und ist vor Schreck vom Sofa gefallen und hat gesagt nein 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 das geht so nicht weiter Doc ist vorbei wollen die so ein zweites Disney werden oder was ja ich meine an sich an sich finde ich das schon mal nicht so schlecht wenn man den Menschen mehr Einstellungsmöglichkeiten an die Hand gibt das digitale Format sollte doch da genug Einstellungen möglich machen dass irgendwelche Sachen ausgeblurrt werden wie witzig wäre wenn es plötzlich drei drei Tonspuren gäbe viel Fuck wenig Fuck gar kein Fuck vielleicht auch eine Handlungsstrange darauf basierend eine Folge ohne unnötigen Sex das muss ja gar nicht sein das ist ja bei keine Ahnung bei anderen Filmen ja auch so dann wird nur angedeutet oder so ja stimmt und dann geht die Kamera weg und geht es halt oh let's get it on baby zack genau fertig und bei der dritten Stufe ist man halt beim Akt live dabei so nach dem Motto mit AR ja jetzt wissen wir wofür sie die Plattform entwickeln ja also wie gesagt Apple ist da sehr brüde wir müssen mal gucken was da so kommt aber es ist eigentlich ja schon lange Firmenpolitik so ein bisschen ja wie gesagt es ist ja auch nicht unbedingt nur schlecht wenn da mal jemand ein bisschen drauf achtet oder ja aber es gibt ja einen Unterschied zwischen keine Ahnung vulgär in einem Film zu sein oder Gewalt zu zeigen also man muss das ja ein bisschen differenzieren denke ich also ich oute mich mal als Weichei also viele Szenen von Serien die auf Netflix laufen kann gucke ich sehr oft weg während meine Freundin zuguckt die einfach hart sind ja zum Beispiel Marcella das ist eine Krimiserie finde ich sehr harte Szenen drin wo ich dann weggucke und sie erzählt mir danach was passiert ist oder wann ich wieder hingucken kann muss jeder selber wissen ich finde halt sobald es so zum Zwang wird das wegzulassen schwierig also wenn ich mir überlege Tarantino Film wäre bei sowas nie entstanden wenn das generell die Regel wäre dass man das nicht machen dürfte so und Tarantino hat sehr viel Sprache die da definitiv reinfällt und auch Gewaltdarstellung wenn ich nur allein an seinen ersten Film Reservoir Dogs denke der sehr sehr explizit Gewaltdarstellung zeigt trotzdem würde ich den Film jetzt nicht missen wollen und das wäre schade wenn diese ganze Filmreihe nicht entstanden wäre wegen solchen Dingen und ich das dann halt schwierig finde ich selbst Gewaltdarstellung in Krimiserien können in gewissem Sinne empathisch sein Weise nämlich den Hintergrund sozusagen verdeutlichen weshalb ein Täter gewalttätig ist ja das meinte ich eben dann muss halt differenzieren weil ich würde nicht pauschal sagen hier Gewalt und schlimme Sprache ist negativ also wie du eben schon sagst so ein Tarantino ja der zeigt Gewalt aber der hat auch schlimme Sprache trotzdem ist das ja denke ich auch ein wichtiger Film das funktioniert ja in der Musik genauso das in bestimmten Rap-Styles schlimme vulgäre Sprache an der Tagesordnung ist es liegt aber eine immense Kraft da drin wenn jemand den Mut hat Dinge so auszusprechen wie sie sind und ich mich damit irgendwie ja identifizieren kann natürlich gibt es auch da Grenzen also irgendwann wenn es dann in den strafbaren Bereich kommt klar aber trotzdem finde ich also ich möchte nicht von Zensur bei Apple sprechen aber ich finde es schade wenn dadurch die Kreativität eingeschränkt wird und es gab ja wohl auch schon oder gibt Serienmacher die dann mit Apple zusammenarbeiten wollten und das dann auch relativ schnell wieder haben sein lassen oder jetzt nur noch irgendwelche Produzenten in dritter Reihe oder so sind statt irgendwie die ausführende Kraft oder so ich würde ja gerne einmal kurz dazwischen nämlich mit dem wo du gerade Zensur sagtest das ist so ein Ding wo Menschen vorsichtiger sein müssen mit dem Begriff weil Zensur ist so eine staatliche Geschichte wenn ich ein privates Unternehmen kann ich mache was ich will also wenn ich entscheide auf meiner Plattform bitte nur noch Menschen Fotos Peace, Love and Harmony hochladen die blaue Hemden tragen dann ist das halt so da kann mir auch keiner blaue Hemden ja da kann mir auch keiner mit irgendwelchen Diskriminierungsgesetzen oder Zensuren ist schon richtig von daher die können ja durchaus tun machen was sie wollen und da darf sich eigentlich auch zumindest auf dem Level niemand beschweren was ich den sinnvollen Ansatz fände ist haben wir da keine Schieberegler für das ist es was ich wollte vorhin genau es ist ja offensichtlich dass die Nachfrage hoch ist auch nach solchen Serien sei es irgendwie keine Ahnung Game of Thrones wo ja dann auch nicht gerade wenig Blut fließt und nackte Haut zu sehen ist ja genau und da gibt es wirklich viele Serien und offensichtlich gibt es auch eine große Nachfrage für trotzdem ist es natürlich genauso legitim zu sagen das ist ja schön aber mir ist das egal ich will das nicht haben das wäre doch mal ein Apple das hat doch sonst keine ich glaube Netflix Amazon Prime haben das nicht dafür gibt es doch verschiedene Serien also warum willst du denn eine Serie gucken die das zum Thema hat wo quasi Hauptperson nein ich möchte ich möchte entscheiden können ich finde so Serien wo wo ständig durch die Gegend gefögelt wird oder wo jede zweite Sekunde irgendwann in der Kopf geschlagen wird darf man das Wort sagen Vögeln ja möchte ich gar nicht sehen da möchte ich einen Schieberegler für haben das wäre doch mal was bietet Apple einfach alles an wie ja übrigens im iTunes Store auch es gibt ein Kinderprofi über Netflix Stimmt ja kannst du da festlegen welche USK das legt Netflix dann für dich fest Kinder sind Kinder Kinder sind Kinder die sind auch ja okay Kinder sind Kinder gut ja sonst gibt es nur noch den Pin bei Netflix den du eingeben musst und bei Amazon für die aber der wird sehr selten abgefragt bei Netflix wurde ich seit vier Jahren nicht mehr danach gefragt das wird bei euch bei 18er Titeln abgefragt ja aber gibt es dann keine 18er Titel mehr nicht wenig ich habe den so eingestellt dass ich das bei allem eingeben muss ah ok und passiert das weil du ein Kind hast und der Baumeister was funktioniert das ja ich muss halt jedes Mal wenn ich was gucken will den Code angeben ok das funktioniert auch ja ok wieso soll das nicht gehen Entschuldigung Netflix oder noch nicht Facebook ja also wie gesagt wir wissen ja noch gar nicht wo das läuft und in welcher Form das dann läuft und inwieweit der Apple wirklich Einfluss drauf nimmt auf die Inhalte muss man mal gucken da könnte nicht mal der Tatort laufen bei Apple teilweise nicht teilweise nicht einige von das sind die Kila Tatorte ja die sind immer besonders grausam oder die das sind ja die Tukur Tatorte sind manchmal auch ein bisschen blutiger so der Kila Tatort ist aber auch wirklich der schlechteste Tatort aller Zeiten Mann ist der schlecht wir driften thematisch ein bisschen ab das ist natürlich auch die aus Kielskopplung ja der Startup-Pod gibt es bestimmt schon 4000 Mal oder nur kurz Protokoll dass das keine Konsensmeinung ist das der Tatort hat aus Kielskäden ruht uns an und sagt uns eure Meinung welches ist der beste Tatort genau welches Team ist das Weimar Weimar gut ja Weimar ist toll ja gut ja passend wir bleiben beim Thema Sex ich habe die Spam hat es schon wieder gesagt und ja diesmal wird es erodisch wir sind ja hier in der Herrenrunde deswegen dürfte euch das vielleicht auch interessieren Herr von Alver der Sexgott Thomas hat die Mail schon gelesen weil ich die nämlich auf dem Schreibtisch hatte liegen und er schrieb mir hier schön dazu vielleicht nicht offen herumliegen lassen das hast du auch die ausgedruckte Mail geschrieben du hast eine Mail ausgedruckt ja ich drucke das ist jetzt ich drucke die Spam Mail des Monats immer aus und da wird die eingeraumt und aufgehängt genau und am Ende bringe ich das als gedrucktes Buch aus gut wie ist das eigentlich mit Urheberrechten können mich die Spam Mail schreiben so also es geht darum dass wir getting bigger down there werden und da musst du irgendwie ich war jetzt bei Australien sehr süß nee es geht um was anderes und ich dachte so ach nee nicht so eine Mail aber die Methode um die es hier geht die ist revolutionär und da hat es mich dann doch wieder so dass ich Larry Hyman von dem die Mail kommt dann doch auch antworten werde make it bigger is impossible we say but now there is a verified tested scientific way to make it happen oh wissenschaftlich das ist immer gut wenn ich das wissenschaftlich getestet habe bestätigt getestet und wissenschaftlich es gibt auch eine Möglichkeit ihn größer zu machen und zwar durch the power of steam cells wow könntest du jetzt in deine Barry White Stimme wechseln the power of steam cells Stammzellen 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 okay die können nämlich they can become any type of cell a heart cell total a brain cell you can guess it a penis cell also es ergibt bis jetzt Sinn das muss man ja mal zugeben ja deswegen ja und wir haben die Möglichkeit die Antwort auf all unsere Probleme durch diese Stammzellen zu lösen und er hat ein Quiz verlinkt in dieser E-Mail bei dem wir dann teilnehmen können und es ist ein revolutionary quiz to see how big steam cells can make you based on your size age and race so und dann können wir einfach draufklicken auf den Link hast du gemacht natürlich natürlich habe ich schon durchgeklickt das Quiz und danke an Larry Hyman Infos werde ich dazu jetzt nicht rausgeben mach das doch selbst also ich gebe den Link auch gerne weiter aber du kannst ja wirklich so noch Spam-Scheiß aufrufen es gibt Leute die machen das ja also Stammzellentherapie ist auch da die Lösung für all unsere Probleme du hast was gebracht das ist die wichtigste Frage die ich jetzt habe ich habe bis jetzt die Stammzellentherapie noch nicht angefangen ich spiele aber sehr mit dem Gedanken ist bestimmt auch teuer oder äh doch sicherlich also so Stammzellen die von einer Herzzelle umzuprogrammieren in was anderes ist schon schwierig vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss ciao war bisher unser bester Podcast finde ich abwechslungsreich und alles und wir hatten Sex dabei bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.